und dann gehe ich auf YouTube Server nochmal neu starten dann gehe ich auf Verlauf und hole mir die Musik von gestern weil die echt chillig war, finde ich auf einmal maximal not checken ich habe einen Stock jetzt habe ich eine Werkbank jawohl was? die Werkbank hier so E nein E nein E so genau und jetzt ich habe keinen Stein das ist ja gar keine Sarkins das ist jetzt das ist das ist Okay. Okay. Ja. Digga. Woher weiß Yusuf, dass ich Minecraft spiele? Also Minecraft mit Leon? Hä? Woher weiß der das? Streamst du schon? Ach Digga, ich... Ach Digga. Ich wusste gar nicht, dass ich... Yusuf, GG. Ja, Digga. Ja, Yusuf, was geht? Ja, ach nee. Auf Wiedersehen. Okay. Ja, ich gucke. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Mal. Bis zum nächsten 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 Mal. einfach nur als alternative für eine facecam weil ich keine facecam machen möchte aber auch eine facecam machen möchte und da das das einzige kostenlose war habe ich das genommen aber ja warum gehe ich hoch ich hab den ofen hier unten lost miese lost aber hey willkommen im stream wie geht's dir minecraft minecraft ich will nicht battle in kreise kann battle in klein morgen oder so also nachher machen nach dem stream aber jetzt nicht jetzt bin ich gerade live jetzt kann ich das mit beckern battle in klein nicht machen sich die musik laut genug oder zu leise wach zier doch alter wach zier wo ja ich hab die hühnchen so auf dem stuhl mein hund warte wo ist es auf dem stuhl mein hund hinter mir so dass ich kaum platz habe damit er fänden kann perfekt der hund hat dieses leben i guess gleich höher elf paar diamanten fahren i guess direkt auf full dia die musik ist perfekt so musik passt so ok gut warum bin ich jetzt nochmal hochgelaufen achso weil ich hühnchen holen wollte oder essen genau das sind wieder die seh ja sie schicken und sehskelett gibt es hier ernsthaft keine anderen hühnchen oder so aber das mit dem baum triggert mich übel dieser baum triggert mich übel weg da du monster besser ist das aber wo ist jetzt ernsthaft ist es eine chicken ach schmutz kleines drecks hühnchen kämpft dann neben dem skelett weil es genau weiß was wir entschuldigung ja du geht's dir gut willst du hoch komm hier im block oh mein ok und schreibt dir nachher auf whatsapp muss jetzt auf wegen video schneiden ok ok ein hühnchen Oh ja Oh Lacker Schmecker Warum Ich hab mich komplett verklickt gerade Ich wollte ne Werkbank Ich bin einfach meint Bitte vergesst mir das einfach wieder Oh Nein das sollte ich vielleicht nicht machen Das hat nie ein gutes Ende So Ja full iron boss Okay noch nicht full iron aber Einfach meint Hast du Optifine Warte Ist das Antwort genug Ist Ist das Antwort genug Ist das Antwort genug Hab ich gefragt Ja hab ich bei Warum hab ich bei Minecraft mehr Zuschauer Als bei Fortnite What the fuck Okay weiter runter Ich baue in Wendeltreppe ey So Wendeltreppen mäßig so Aber große Wendeltreppe Wo war ich eigentlich so beschissen Oh Spitzige Marsch Sehr gut ne Oh Mäschi Ich brauche schon Oh Ey Ich brauche neue Spitzhacke Bitte Jetzt Aber Zackig Ich brauche mehr Einfach zwei Okay Aua Okay Scheiße Ich sollte einfach so weitermachen Sag mal Ja ich habe Optifine Wieso Warum sollte ich das jetzt unbedingt sagen Was hat dir das jetzt gebracht Ach Schmutz Gar kein Bock jetzt darauf Kies abzubauen Einfach so weiter Ich höre Höhle Ich höre eigentlich keine Höhle Sondern Zombies Aber Zombies sind meistens Höhle Ich höre glaube ich Ein Spawner Ich glaube das höre ich Oh ja Das hört sich derbe nach Spawner an Ich habe die Einstellung hier nicht Upsala Max wann kommst du wieder man Ist der schon wieder da Oder chillt der Hallo Fragezeichen Kannst du das mit Streamen Einen heftigen Delay hat Oder warum guckst du Nur alle fünf Minuten Auf den Chat Ich gucke nur alle fünf Minuten Auf den Chat Weil ich nur dann Auf den Chat gucke Wenn ich Ja Keine Ahnung Bock habe Also Weil ich Ja keine Ahnung Also Streamer hat nicht So einen heftigen Delay Aber ich gucke nicht immer Direkt auf den Chat Weil ich halt Auf PC hatte ich halt Oben links eine Ecke immer Oder oben rechts war das Äh Ja neue Nachricht Neue Nachricht und so Hallo Sind sie ein Spawner Was bist du denn für Uhhh Was soll ich bei YouTube eingeben Warte Einen Moment Doch mache ich jetzt kurz Ich will wissen was da kommt Wenn das dein YouTube Hänsel Sobald ich sage Jetzt bannst du ihn Okay Ey ich wollte Och man Ich will wissen Was das ist YouTube Bull Craft Ich gebe jetzt eins zu eins Das ein weil es er mir geschrieben hat Digga Casino Hallo Ah ok Ah hallo Was geht Was geht Wie er da Komm jetzt wieder rein Ganz kurz hör mal kurz auf zu reden Jetzt will ich im Street Chat nämlich wissen Ist Max zu laut Wenn Max nämlich zu laut ist Müsst ihr es bitte direkt sagen Weil dann muss ich Max leiser stellen Oh Moin Müsse Hier ist ein Spawner Ich wette zu 100% Dass hier ein Spawner sein muss Hier muss einfach einer sein Niemals ist hier kein Spawner Hier muss ein Spawner kommen Hier muss jetzt ein Spawner kommen Hä? Oben Bin kurz weg Oh mein Gott Bin ich gerade erschrocken Oh da ist noch einer Hier ist jetzt kein Spawner What the fuck Ich hätte wirklich meine Hand dafür ins Feuer gelegt Dass hier ein Spawner ist Okay Max kommst du jetzt auf den Server drauf? Ja ich bin auf dem Ladebildschirm Achso okay Bei Mojang Dann gucke ich selbst nicht streamen, warte So mehr Spieler So ich bin jetzt meine drauf Glaube ich Ja bin ich Bin was soll er da Du bist so viel lauter als ich What the fuck Ich muss dich bei Disco Laser machen Bist du im Ah ja Also hier bei CO2 Bei deinem komischen Clan Gedöns da Rede mal Hallo Deja jetzt bist du aber für mich viel zu leise Warum bist du denn im Stream so laut? Ich weiß nicht Ich mach mal die Musik Ein bisschen lauter Bei OBS Desktop Leiser Ich höre mir die Musik gar nicht mehr Jetzt ist es glaube ich gut Und dich Mach ich jetzt wieder lauter Rede mal Hallo Laut rede Hallo Jetzt sollte es glaube ich passen Ich bin mir nicht sicher Ich hoffe es passt Ensel Sag mal ob Max zu laut ist Hast du schon das Loch gefunden? Mit das Loch? Das was ich gegraben hab Ich fahr mir grad nur ein bisschen Warte ich hol dich Ich bin hier Nichts zu fressen alter Ich hab Hühnchen Prost Ich hab ein Schaf gehört gerade Warte mal Du bist Ich bin direkt hinter dir Warte Wo bist du? Ja warte ich hol das Schaf hier Fressi Wir kommen jetzt hier ins Loch Snowy Hey war lang nicht da Äh Mary kann sein dass deinen Namen geändert hast Achtung nicht da runterfallen Warte ich machs Sicher für dich So Idioten sicher Besser ist das Das kannst du halt runterlaufen Und bin nicht mehr dran sterben Wenn du runterfällst Hörtest du gerade eine Fledermaus? Ja Die arme Fledermaus Sie will leben Max lass sie leben Ähm Also Stimme Überlegst du mal runter Wohin? Ach Ah Okay Ja hi Willkommen zurück Du kannst mir kurz beantworten Ob Max zu laut ist Max ist der Typ Der im Hintergrund auch noch mitredet Also nicht der kleine Sondern der Max rede mal Moin Ja da Genau der Typ Der coole Ja ich Ich lasse das von hier Max komm mal her Ich geb dir ein bisschen Von meiner Rüstung Wait Bleib mal stehen Du kriegst das hier Und du kriegst den Helm Du musst ins Inventar gehen jetzt Was? Drück mal E fürs Inventar Und du hast jetzt Warst du noch nicht einmal im Inventar Okay Jetzt ziehst du die Hose Ich mach mir jetzt erstmal hier So ein Werkzeug Nein 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 Du ziehst jetzt die Hose In den Also in diesen Slot Beim Hose Also in diesen Hosen Slot Bei Fort Äh Eisenbeinschutz in den Hosen Slot? Ja Das ist äh Der dritte Ja genau Und den Helm musst du ganz oben hin machen Okay Genau Mod bei Discord Ja Warte F So warte kurz Ich geb dir Mod bei meinem Discord So Wer fahre? Geheißen du auf Discord Ich bin vorgesehen Oh Gott wie mach ich das denn Jetzt nochmal Rolle hinzufügen Mod Die Rolle wegmachen Perfekt Jetzt bist du Mod auf meinem Discord Herzlichen Glückwunsch So jetzt hab ich eine Werkbank Jetzt muss ich hier Modus führen Ja hier oben ist doch schon eine Werkbank Max Echt? Hast du einmal gemacht? Achso okay Ich will wissen Wir sind gerade auf einem Also wir sind gerade nicht bei meinem Discord auf im Corel Also ihr könnt nicht reinkommen Ja hier oben Schwenner Ich brauch Steine für einen Stock oder eine Axt oder so Ich brauch Steine für einen Stock oder für eine Axt oder wo auch immer eine andere Insel, weil die hier ist echt leer. Ja, okay, komm mal raus. Nein, warte, ich mach erstmal ein Boot und so. Weiß nicht, macht man das Boot hier mit oder ohne Schaufel bei der 1.8? Weiß es gar nicht. Ich gucke. Und genau dafür hab ich nicht genug Holz. Ah, ohne, okay. Kann man sich ins Boot bei der 1.8 zu zweit reinsetzen? Ich hoffe, sonst ist Max nämlich, glaube, verloren. Okay, komm, wir nehmen jetzt das nächste mit. Das, 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 Knochen, Ole, okay, lass hoch. Machst du? Ja. Wo bin ich? Ah, scheiße, ich bin verwirrt. Ja, ich auch. Ich gucke gerade kurz auf den Chat, schon weiß ich, wo ich bin. Komplette Orientierung verloren. Toll, da, die kämpfen. Oh, Stein. Ich hab mich ne Waffe verloren. Max, komm mal her. Achtung, du läufst gerade in 3 Creeper rein. Oh mein Gott. Was ist denn hier auf der Insel los, alter? What the fuck? Hier ist ne Spinne, darfst ne Splat und... Komm mit, komm mit, komm mit. Und, was war? Guck mal, ob du einsteigen kannst. Mit Rechtsklick. Hä? Okay, ich war richtig gedrückt. Okay, dann musst du ins eigene Boot. Ich hab' genossen. Schnell. Okay. Scheiße. Ich fahr jetzt. Ich werde sterben, glaube ich. Im Wasser ging das Skelett gar nicht raus. Ich fahr mal da vorne auf die Insel, die sie... Die ist verkleinert. Heißen Insel? Okay. Uff. Okay. Moin Terror Bomb und Hi Ender... Was? Endergral HD. Hi, was geht? Welcher Anime ist momentan der Beste? Mein Lieblingsanime ist Starling and the Franks. Meiner auch. Beste. Hä? Aber momentan der Beste... Boah, keine Ahnung. Oh. Tschüss. Das Brot ist durchgezogen ohne mich. Also von momentan... Swatch Bomb. Äh. Momentan der Beste hab ich keine Ahnung. Da müsste ich einen Freund von mir holen, der das zeichnen könnte. Aber ich glaub, da gibt's auch zu viele, die gut sind einfach. Hallo, du musst vielleicht auf die Insel, weißt du? Wie steigt man denn hier aus? Äh, ducken. Drucken. Und ducken ist, äh, Shift. Weißt du, welche Taste Shift ist? Max? Ja? Shift? Ja? Shift ist über Steuerung, also über STRG. Ah, okay. Und wenn du STRG drückt hältst, während du läufst, dann wirst du schneller. Also dann sprintest du. Okay, let's go. Baut man nochmal Boote ab? Hab ich das jetzt verlernt oder geht das einfach nicht? Hallo? Okay, RIP, das Boote ist RIP. Hier war irgend so ein Teil. Hä? Was ist denn das für ein Alter? Was ist das denn? Das ist ein Enderman. Oh, nee. Okay, okay. Ich hab den Enderman PVP, Alter. Jetzt noch ein Enderman. Okay, ich geh. Das ist eine Rette. Okay, Max, ich, ähm, wäre gerade fast gestorben. Ich hab nichts zu essen. Max, du wirst von zwei Endermen... Geh ins Wasser, geh ins Wasser. Die können nicht ins Wasser. Die sterben im Wasser. Sie kriegen Schaden im Wasser. Wenn du im Wasser bist, können die dich nicht angreifen. Äh, aber du solltest auch schwimmen und nicht ertrinken. Weißt du, wie ich meine? Schwimm ich mal so. Aber nicht ans Land gehen. Einverlehrt hast du dir total im Wasser, bis der Enderman weg ist. Machen wir mal wieder zwei neue Boote. Oh ja. Max, dein Boot? Wie kommt das gerade aus hier? Folgt mir einfach. Oder, ja, folgt mir. Geht in 1.8 nicht. Boot zerstören, geht in 1.8... Oh, was ist das? Hallo, okay. Perfekt. Perfekt. Smacker, kannst du gute Fortschritte... Smacker, hast gute Fortschritte gemacht? Ich kenne dich schon seit dem Anfang, wo alles... War... Warte mal. Willst du mir gerade sagen, dass du am Anfang meine Streams beschissen waren? Ach, so ist das. Es gibt einen Permabund. Weg... Big Mac Band, weg. Viel Spaß. Dankeschön für das Kompliment. Es geht dir gut da hinten. Ich werde mir kurz wegen dir stehen. Sie haben einen Kopf, hier die nächste Insta, Mann. Keine Ahnung, wir haben den beschissensten Spawn, den man haben kann. Ich fahre einfach geradeaus und guck, was kommt. Lulu, bist vor mir, wie hast du das geschafft? Oh mein Gott, links ist ein Wassertempel. Wir fahren ein bisschen weiter rechts lang. Rechts vorne geradeaus ist eine Insel. Ich seh'n. Aber links von uns ist ein Wassertempel, da sollten wir uns fernhalten, weil die sind scheiße gefährlich. Vor allem für dich. Da ist so ein Igel, oder was ist das? Wo die Streamtitel noch ab ne lustige Stimme waren. Was heißt das für Stimme, äh, für Dinger da? Wo bist du? Was ist das für Dinger? Wo bist du? Ja, ich bin bei so nem Teil, ey. Warte mal, ich... Bin ich? Ich bin jetzt auf so nem anderen Insel. Warte, ich tippe dich gleich zu mir. Ich mach gleich mich zum OP und dann tippe ich dich. Ich bin bei dieser Wassertempel. Oh nein! Geh da weg, Max! Ja, ich versuch's ja. Ich seh' dich. Ach, da bist du. Ich schaffe's. Jetzt, jetzt. Geh zu dieser Insel. Ja, ich weiß, dass das nicht so gemeint war. Du wolltest mir einfach ein Kompliment machen. Okay, wir haben endlich mal ne normale Insel mit vielleicht auch mal Tieren. Okay, ich bin weg von mir. Das ist was Gutes, Alter. Ich brauch unbedingt Essen. Und sterb dich auf der Insel. Okay, Max, wenn du da bist, bleib stehen. Also, warte auf mich. Oh, das ist ein Picks. Max, da vorne sind deine Eltern. Wie du auch noch fragst, wo? Ja, die halt. Was ist mein? Ja, hier sind Schweine. Rechts von dir. Ja, das ist deine Generation, Alter. Ich töte die. Dreimal auf Holz geklopft. Oh, komm. Okay, jetzt will ich unbedingt beraten, Alter. Okay. Oh, Baby, hier ist hin. Ja, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Oh, komm mal her, komm mal her. Geil, Baby, hier ist hin umgebracht. Komm her. Kaninchen. Ich hatte es drei Leute, die weg sind. Ich bleibe auf jeden Fall. Okay, danke schön. Ich dachte gar nicht so doll auf die Watcher. Oh, jetzt habe ich die Werkbank gedroppt. Ich bin ein nicht so guter Spieler. Warum habe ich die Crafting-Mail? Warum habe ich jetzt die Werkbank gemacht? Nicht dumm? Also, ich meine, der Name sagt mir was. Vor allem, er verarscht mich komplett und denkt sich gerade, oh mein Gott, wie kann er mich nicht mehr kennen? Oder, nee, das will ich gar nicht machen. Was will ich denn gerade machen? Was will ich machen? Wo ist Max denn jetzt? Ist der noch auf dem Server? Da hat er sich ausgelaufen. Der ist noch drauf. Hä? Der war doch nur hier. Max? Da vorne. Ich weiß, höre ich nicht viel Geräusche. Ich glaube, Max, mal ein bisschen Essen hin. Auf die Schweine, ja. Ach, das sind die. Die machen die Geräusche. So. Ach, Digga, was sind das denn für dumme Geräusche? What the fuck? Es fällt dir übel ab, das Geräusch. Oh, hier sind viele Filze. Oh, hier sind viele Filze. So, und weg. Ich hab dir Essen gegeben. Was, wo? Äh, im Inventar Schweinefleisch. Ah, okay. Okay, äh, dann lassen wir jetzt weitergehen, okay? Aber nicht im Wasser, wir sind jetzt am Land. Also, wir können auch... Kommst du mit? Ja, sehe ich auch, dass wir am Land sind. Ich mein, wir haben jetzt Festland und nicht so eine Insel, so eine kleine Dumme. Hallo, Max, kommst du mit mir? Hier, hallo. Hallo. Ach, da bist du. Komm. Wenn du, wenn du STRG drückst, dann kannst du sprinten, ne? Ah, ja. Dann läufst du schneller. Da muss ich ein paar Schweine töten noch. Brauchen wir auf jeden Fall Essen. Aber das ist wieder Sandstein. Sandstein sieht so... Also, das passt halt nicht dazu, aber es sieht trotzdem geil aus. Ich hab immer noch keine Waffe, Digga. Ich hab ne Höhle. Ich kann dir gleich Items machen, wenn du möchtest. Versuch halt einen Stopp... Irgendwie einen Stopp zu machen. Ich hab die Items nicht. Weiß nicht mehr, wie das geht. Hast du das Crafting-Rezept schon vergessen von gestern? Nein. Ich weiß es noch. Die Stocks sind zwei Holzbretter übereinander. Genau. Das ist wieder da. Holz. Also nochmal Eichenholzbretter genau übereinander. Hä? Ich komm wieder da hin. Jetzt komm auch... Ah, jetzt. Okay. Oh, jetzt hab ich... Jetzt hab ich wenigstens... Da kann ich mich nicht verteidigen. Ja, ich weiß, dass die Abbaulähmung geben. So. Ich spiele das Spiel schon ein bisschen länger auf E4 auch schon. Ich spiele seit zwei Tagen. Also eigentlich... Ja, Max spielt seit gestern Abend, sagen wir es mal so. Ja. Wollen wir in die Höhle oder wollen wir die Landschaft erkunden? Mensch, halt, du ist mir egal. Ich hab die einfach mal. Okay, ich glaub, Höhle ist erstmal mit dir noch ein bisschen zu gefährlich. Jetzt geh ich erst recht in die Höhle. Okay. Dann lass hier in die Höhle. Aber pass drauf. Das ist auch nicht zu gefährlich. Auch nicht im Tod. Liga, dieser dumme Falschaden. Es ist doch so... Liga. Ich hasse generell Spiele mit Falschaden, Liga. Das ist doch ein bisschen lächerlich, Liga. Liga. Bitte, ich brauch das auf Klippen. Bitte, irgendwer muss das klippen. Irgendwer, bitte, 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 bitte. Was ist das denn hier, Liga? Oh mein Gott. Ich hab's gefunden. Komm mal her, komm mal her, Liga. Guck mal, was ich gefunden hab. Wir sind zu weit voneinander entfernt, ne? Das ist ja schon klar. Oh. Ja, dann bin ich vorhin jetzt auch nicht allein gestellt, aber ich bin Überlebensprinzler. Ja, warte, ich tp dich gleich zu mir. Warte. Ich erschleih mal wieder so. Ich tp. Wie heißt du im Spiel? Irgendwas mit Snowy, Snow, was weiß ich. Snowy, unterstrich, snowy, unterstrich. Wie, snowy, snowy? So, jetzt geh ich zur Werkbank hier. Und einmal das hier. Bumm. Noch dann das hier. Noch dann das hier. Geht das jetzt nicht. Und das hier. Und das hier. Warte mal. Und das hier. Oh, jetzt hab ich meinen Stock. Slash, tp. Aha. So geht das hier also. Woll. Warum bin ich? Achso, das ist ein Schierer. Ja, jetzt, hier sind deine Eingriffs auch. Muss ich jetzt wieder hinzufügen? Ja, da ist Sam zum Beispiel. Digga, der droppt den ja immer. So, warte, ich droppe dir deine Items, okay? Achtung. Hä? Max, komm mal her, ich bin hier. Ich hab dich teleportiert. Achso, ja, ja, aber. Okay, jetzt pass auf, bitte, okay? Weil hier sind Monsters, die spawnen Monsters und alles. Okay, ja, ich hab ja einen Stock. Mit dem kann ich mich verteidigen. Schmerz, aber für Ingame-Cover. Würde ich's abfüßen. Rufen doch. Dorf könnte ich suchen, ja. Spenden kann man mir leider nicht, aber man kann mir, also, ja, man kann mir nicht spenden. Das ist ein Creeper, oh mein Gott. Das ist ein Creeper, schneller keir. Nee. Das ist ein Schmerz. Das Einzige, was man machen kann, ist mir ein Fortnite, Sachen schenken. Das kann man. Wo bist du jetzt schon wieder? Ja. Ich lauf hier mit dir rum. Bisschen farben, Digga, aber hier ist irgendwo ein Creeper. Ich glaub, ich muss mir den Command, um dich zu teleportieren, auf dem Hotkey legen, oder so. Der ist ja, also, du wirst bestimmt alle fünf Minuten sterben. Ach nein, der hat schon wieder so ein Dingspreeper, also. Bist jetzt hier links entlang? Oh ja, warte, ich töte ihn. Ab ihn. Ich farm jetzt hier einfach. Ich farm jetzt hier. Ja, farm. Ich farm auch. Und das, das, äh, hautfarbene Erz kannst du abbauen, das ist wichtig. Hier macht man nochmal so eine Steinachs. Eine Steinachs. Äh, zwei Stöcke übereinander, in der, in der Werkbank. Zwei Stöcke übereinander, in der Mitte. Und ganz oben in der Reihe, die voll mit Stein. Oh, ne Werkbank. Das ist ein Zombie. Vielleicht eine Werkbank craften. Oh, bitte, Digga. Okay, komm mit, wir gehen kurz irgendwo hin, wo es safe ist. Okay, hier ist gut. Dann lass mich kurz. Craften. Hinter dir. Ja, warte. So, warte. Ich muss da so ein wenig gucken. Nice auf ihr den F.A. Bin gespannt. Vielleicht komm ich ja dann nachher in Fortnite, hab ein Geschenk. Und das ist dann auf jeden Fall... So, okay, let's go. Ein da. Hochstein, nehm, Racken. Bumm. 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 So. Jetzt auch eine Axt. Okay. Kriegt man jetzt hier so ein Kristallschwert? Ein Kristallschwert? Meinst du ein Diamantschwert? Ja. Meine ich doch. Oder, oder meinst du generell ein Schwert? Einfach, ja, das beste Schwert, was es gibt. Das beste Schwert können wir noch nicht machen, Max. Also. Das erklärt sich aber, glaube ich, von selbst, dass wir noch nicht genug Fortschritt für das Beste haben. Boah, jetzt. Mein, mein erster Fight. Gegen einen Zombie. Gewinnig. Hätte ich gewinnt. Ich hab gewonnen, Digga. Ja. E-Sportler, Digga. Direkt am Start. Bleib mal kurz stehen. Ich geb dir ein Schwert. Noch ein Zombie, Digga. E-Sportler. Ich bin E-Sportler, Max. Einfach kurz stehen. Ich will dir ein Schwert geben. Hier, bitteschön. Melk mich da an, Digga. Jawohl. Kannst du Minecraft E-Sportler? Gibt es das überhaupt? Keine Ahnung. Muss man gucken. Warte mal. Das ist so gut. Aber da schieß es, Digga. Meiner Schauts. Komm her, Digga. Komm her, du bist du da, Digga. Ja. Woher kommen die? E-Sportler, Digga. E-Sportler, ich bin mir, Digga. E-Sportler. Ich bin mir. Ja, ich stimmt hier, dass alle zocken ist, Digga. Das kann ich mit einem Knochen machen? Mit was? Mit dem Knochen machen. Kannst du Hunde ziehen. Hunde ziehen? Ja. Oder Knochen? Wo war denn jetzt meine Merkbank? Äh, mein Ofen. Hä? Ich geh zwei Sekunden weg, um Max was zu geben. Und die Frage, ob ich das nochmal spiele. Ich war zwei Jahre nicht online, konnte ich online kommen, Schule und so. Ah, okay. Wo ist denn meine Werkbank und so hin? Okay, ich springe mich. Ey, mein ganzes Eisen. Wo ist das hin? Hä? Bin ich dumm? Ich bin hier irgendwo gekommen. Wo war ich? Was sind die jetzt hier eigentlich? Ich hier? Ne, das wäre ein zu gefährlicher Weg für Max. Hier ist ein Creeper, oh mein Gott, weg da. Ich hör's nur explodieren. Ach doch, der ist schon explodiert. Ah, da bist du. Ich such grad unseren Spot, wo wir waren. Also, wo der Ofen und so ist. Ich find's nicht, ich bin lost. Ich muss doch eben schon in der Nähe sein. Was ist das denn da unten? Da ist Wasser. Hä? Bin ich jetzt komplett blüder? Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich das Spiel jetzt noch nicht so kann ich das Spiel machen. Oh. Irgendwie, ich glaub, Mojang trollt mich. Ah, ich hab's gefunden. Fuck, wie konnte ich das? Ist das Spiel jetzt eigentlich von Mojang oder Microsoft? Ähm, Mojang und Microsoft hat's gekauft. Hier ist noch ein Zombie. Let's go. E-sportler von mir. Ich hab mir ein bisschen spitzer gemacht. Hier kommen die E-sportler-Skills. Oh ja. Die E-sportler-Skills? Die E-sportler-Skills. Ich hab ein Eisenschwert für dich, wenn du möchtest. Ähm, Digga, wo bist denn du? Ähm. Hat er. Oh, stopp. Oh, er hat Eisende bekommen. So, warte kurz, ich mach hier kurz Essen in den Ofen. So, Werkbank hier, so, was, was kann ich denn noch erstellen? Ich hab dir ein Schwert gegeben, Max, ein Eisenschwert. Das ist ein Steinschwert. Das ist ein Steinschwert. Das ist jetzt das Eisenschwert. Steinschwert. Doch, Eisenschwert, stimmt. Okay, Steinschwert, geh ich. Also, es fühlt sich auch so an, als würde ich, wenn Max mein Kind auf ihn aufpassen. Ja, also, es ist, also, das Spiel ist von Mojang und Microsoft hat's einfach aufgekauft, quasi. So, mehr ist es nicht so. Okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass du gerade verhungerst. Hier, bitteschön, Essen. Wo sieht man denn das? Ach, da sieht man das. Ah, okay. So, wo kann ich denn das hier essen? Verrottetes Fleisch. Nein, nicht das Verrottete, daran kannst du sterben. Du musst das Fleisch, was du essen möchtest, in die Hand nehmen und dann Rechtsklick gedrückt werden. Ich will das hier aber droppen. Ich kann's aber nicht droppen. Mit Kuh, mit Kuh. Achso, ja. Wie viel hast du davon? Wie viel Zombies hast du da gemacht? Keine Ahnung, ich hätte da einfach irgendwelche Kühe umgebracht. Kühe? Das kriegt man von Zombies. Vielleicht hast du ihn losgegeben. Ja, ja. Okay, komm mal her. Also ich muss kurz was bauen. Da kommt ein Krieg, weil ich muss bauen. Ich hab dir eine Brustplatte gedroppt. Oh mein Gott. Schau uns hier da rein. Also man sollte es wirklich klippen, wie Max hier jedes Mal ein Creeper stirbt. Digga, ich wollte uns hier gerade einbauen, damit dieser Creeper ja nicht kommt. Aber der ist ja irgendwie durchgekommen. Jetzt bin ich hier wieder irgendwo weg. Ich hab dich wieder zu mir teleportiert. Nee, hast du nicht. Nicht? Hm. Schau mal. Slash. TP. Äh. Ah, hier ist der Führer. Ja. Ich hab dir auch eine Brustplatte gejobbt, damit kriegst du weniger Schaden von Monstern. Ah ja, hier. Darf ich dir einen Tipp geben, wie du, wenn ein Creeper bei dir ist, weniger Schaden bekommst? Also wenn der vor dir steht und du weißt, du kannst ihn nicht mehr töten, bevor er explodiert, dann drückst du mit dem Schwert in der Hand rechte Maustaste. Dann blockst du und dann kriegst du noch weniger Schaden. Okay? Ah, äh, hier ist mal ein Brustpanzer. So. Halt mich an und mach das mal. Nimm das Schwert in die Hand und drück rechtsklick mit dem Schwert. Genau. Ah ja, blocken, stimmt. So, runter da. Äh, das war ein Creeper. Aber, jetzt wende ich den Trick hier an. Oh, hat ja funktioniert. Das ist so fucking niedlich. Welter, magst du es den niedlichsten Minecraft-Spieler, den es gibt? Juni, wie seit, keine Ahnung, seit nicht mal 4,5 Stunden, wie ich mein Gott. Trotzdem ist es so niedlich, als jedes Kind in diesem Spiel. Oh, das ist glättiger. Ist mal ungebracht, Digga. Ja, Lost, Lost ist immer geil. Oh, scheiße, ich hab mein Kabel, ich hab mein Kabelmanagement runtergeschmissen. Fuck. Ähm. Ja, wartet kurz, ich muss es wieder hoch machen. Okay, ist wieder ganz, alles gut. Komm ich aus dieser Höhle raus? Ich will raus. Ist langweilig. Willst du aus der Höhle raus? Ja, ich will aus der Höhle raus. Obwohl, das ist das Geld, was du betüttet dann. Ja, Digga, nice. Geh den Weg wieder zurück, den du gelaufen bist, um da hinzukommen und dann gehen wir gleich zusammen raus. Hier sieht alles gleich aus. Warte, dann teleportier ich dich gleich wieder. Ich teleportier dich dann, wenn ich draußen bin, ja? Ich muss erstmal hier ein bisschen was bauen. Jetzt bauen wir hier erstmal ein bisschen mit Sand. So, Sand hier. Ich wechsle immer Ducken mit, äh... Mit Sprinten. Pfeil. Wie geht denn... Was... Was macht man hier mit Pfeil? Okay, Max, ich bin jetzt ready zum rausgehen. Bist du auch ready? Wo bist denn du? Ich teleportier dich raus. Achso, ja, hier. Komm du Magier. Ah, okay, dann komm mit. Ich teleportier mich raus. Nee, nee, ich mein, ich hätte dich raus teleportiert, wenn du mich jetzt nicht gefunden hättest. Ah, ich komm mit. So, was war ich denn an? Ich muss reden, nur. Hier, komm. Max, geht's... Klappt das? Oh, scheiße, ich wollte abbauen. Ich hab abbauen mit... mit Bauen verwechselt. Ich bin so... Ich bin noch loster als Max. Ah, hier ist der Ausgang. Ja. Jetzt komm... Okay, jetzt sind wir full Iron, jetzt können wir alles töten. Wo ist denn jetzt dieser, äh, Zauberwald von dem, der hier geredet ist? Du solltest doch eben eine in deiner Survival-Welt gefunden. Aha, aber da ist jetzt nichts Besonderes, oder? Ist halt, das ist so eine Mission. Nee, da ist nichts Besonderes. Aha. Okay. Ey, dieses dumme Skelett, ne? Arschloch. Wo bist du denn, Max? Irgendwo, jo, ich bin irgendwo am Umlauf und hier sieht irgendwie alles gleich aus. Bist du in einem Umlauf? Zongy, erst mal wieder ein paar Zongies umbringen, Digga. Ich kann durch hier durchlaufen. Und bist du dir das auch hier gefallen? Hä? In dem Haus, ich klemm mich mal jetzt. Warum laggt es nicht mehr in Stream? Äh, weil ich cool bin? Nee, ehrlich, ich hab keine Ahnung, warum es nicht mehr laggt. Ich hab's irgendwie hinbekommen. Ich hab's irgendwie hinbekommen, dass es nicht mehr laggt. Ich hab auch bessere Qualität, ist mir jetzt aufgefallen. Es ist die Cam, ich sag's dir. So. So, wo bist du jetzt hin? Äh, ich chill hier grad irgendwo ein bisschen am See. An dem Wasser, genau. Am See. Hier chillt ein Creeper. Ich chill hier bei Schafen. Ich tipp hier mich mal zu dir einfach. An meiner Gang, ja, die Schafe. Das ist meine neue Gang. Hast du eine neue Gang? Mhm. Die Schafe, Digga. Wir sind Drogendieger. Okay. Ich gehörte zu der Gang. Äh, was sind nochmal die Teile da, die da im Wasser schwimmen? Außer wie ein Oktopus oder so. Tintenfisch, Max. Ähm. Zock da, du schreibst einfach rein in den Stream. Er fand es, er fand mein Stream mit den Legs besser. Warum? Bruh. Hä? Was hast du denn? Hä? Aussage mit dem ganz Monikon? Ja, Max, wollen wir vielleicht mehr aufs Festland und nicht hier nur am Strand schüllen? Ja, ja, warte. Was machst du da? Ja. Warte, warte. Max? Du kannst, ja, du kannst noch was von mir lernen, Digga. Du kannst noch was von mir lernen. Wie wir lernen jetzt von Max. Wo ist das Schafe? Wo ist das Schafe, Max? Was hast du gemacht? Ich weiß nicht. Hast du doll gekuschelt? Da! Da ist was! Warte, 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 warte. Da ist, Digga. Da ist so eine Galaxy oder was. Nein, die sind auch gut. Die sind dicken Fische. Können wir kämpfen? Max, was machst du da? Jetzt gehst du mal hier rein. Da! Hier ist auf Insta. Äh, warte. Warte kurz. Was ist das hier? Was sind so Blöcke? Ich... Warte, 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 warte. So. Warte mal, was ist mit meiner Cam los? Sehr kurz. Die sind irgendwie so Galaxy-Blöcke, Digga. Was ist das denn? Das ist, äh, Sandstein. Aber die sind doch schwarz. Ein Sandstein ist eigentlich gelb, aber das ist wegen dem Texturenpaket so. Jetzt, dass es anders aussieht. Ach so, okay. Ich dachte schon, dass du so... Keine Ahnung, Sandstein. Max, wo bist du jetzt hin? Ach da. Ja, ich lauf hier rum. Ja, die Galaxy-Blöcke sind Sandstein. Oh nein. Geh, Max. Ja, okay. Hier sind Hunde. Ich kann... Jetzt, jetzt mein großer Auftritt. Nein, ich hab mein Knochen verloren. Ich hab drei Knochen, ich hab drei Knochen. Du darfst nicht mit links-Klick draufdrücken. Du musst rechts-Klick, Max. Wo bist denn du? Ich muss das mal wieder was droppen. Ich bin bei zwei Hunden. Aber wie kann ich denn die Sachen nochmal droppen? Äh, doch, ich hab meine Knochen noch. Das kommt einfach so ins Inventar. Das heißt... So, jetzt bin ich jetzt... Jetzt suche ich Hunde. Hast du deine Knochen? Ich zähle bei dir die Zähne. Max, ich bin bei diesen zwei Hunden, wo du eben warst. Ja, ja, hier. Hallo. Jetzt rechts-Klick. Nicht links-Klick, sonst haust du den. Rechts-Klick. Trug doch. Aber der droppt ja nichts. Hast du? Okay, warte, ich droppe ja noch mehr. Ich hab noch mehr gegeben. Der muss... Der muss Herzen machen. Also, er muss ein Herzen über ihn sein. Nimm den anderen Hund. Da ist noch ein Hund. Komm zurück. Oder nimm den, ja genau. Diese dummen Blätter. Komm her, komm her, komm her, komm her. Max, komm doch. Brauch doch extra gerade weg. Komm jetzt. Jetzt. Mein großer Auftritt. Komm schon. Nimm sie. Ich zwinge dich, die Dinger zu nehmen. Ja, nee, er möchte nicht, Max. Er hat keinen Bock. Warte mal. Ich dachte, ich war zu scharf. Okay. Max, ich hab das geregelt mit dem Hund. Again. Jawohl. Max, wollen wir Betten machen? Was? Wollen wir Betten und ein Haus machen? Betten und ein Haus? Also, als erstes Haus und dann das Bett zu fressen? Ah, ich brauch mir mal schnell ein Haus. Warte kurz. So, easy. Jetzt hier kurz hier ein Block. Da einer. Da einer. Oh, jetzt sehr. Guck mal, warte mal. Lass mich mal bauen, Digga. Guck mal, jetzt. Ich wette hier das größte Haus bauen, das beste Haus, das du nie gesehen hast. Wollen wir nicht auf einer ebenen Fläche bauen oder so? Fuh, ich doch. Ich will alles ebenen nennen. Hier. So. Jetzt hab ich hier schon mal meine Wahl. So, kommt ein schönes Postlein und so. Ist auch schon wieder steig. Richtig, Postercraft, Max. Genau. Komm, ich mach den Poster, ja. Das mit Steppen, ein schönes Bettel, mit einer schönen Küche und meinem Fernseher. Alles chillig. Alles chillig, ja. Warte, wir machen Max jetzt ein Poster. Okay, Max. Ich hab zwar keinen Poster, aber ich hab ein 200 Milliarden Dollar Gemälde. Pass auf, pass auf, Max. Guck. Guck die Wand, guck die Wand, guck die Wand. Aha. Ich kann sehr viel erkennen auf diesem Bild. Das alles. So, jetzt muss ich wieder ein bisschen abbauen. Ja, keine Ahnung. Ja, guck mal. Also, wirklich, Digga. Ich kann hier schon eine schöne Wand gebaut, Digga. Also, wirklich. Max, was? Du hast halben Grund, was für ein Haus gebaut. Soll ich dir helfen beim Haus bauen? Ne, ne, alles gut. Ich glaub das. Sicher? Soll ich mein eigenes Haus bauen? Auch. Okay. So. Brauch ich aber ein bisschen mehr Poster. Du wirst, du wirst gleich staunen, Digga. Du wirst gleich staunen. Ja, ich, ich werd bestimmt staunen. Bestimmt werd ich staunen, Max. Mal gucken. Okay. Äh. Nee, mit Eichstifft. Genau. So, und jetzt? Mit Eichhauf, Digga. Okay. Mal. Okay. Hab'n. Max. 16. So. Okay. 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 So. Okay. alles gut ich kann es nicht trocken so eine wand glaube ich brauche ich noch so brauche ich jetzt mal das hier kann ich es nicht trocken alter max richtig alter für den press ist ja richtig groß also größer als ich gedacht hätte so noch ein stein max zu einstein ein stein einen einzigen stein nicht nur erde doch ich habe einen ich habe mit mir sand habe ich will mein haus max mein kopf kommt bei mir eigentlich eigentlich leute mögen es spiel wenn man es aus mit erde vollgeknallt neben max haus jetzt muss ich zu wer man mag auch die bäume bitte ganz ab ich sehe es schon kommen wie max hier bei unserer welt irgendwann nur noch halbe bäume stehen lassen es geht wieder da jetzt sehen ich wissen gleich zum ersten mal in meinem leben auf pc haus ich habe bisher immer noch dies für ein haus gebaut und auf pc kann ich das gut also hoffe ich ja mein haus ist fast fertig dein haus ist das erste haus aus jemals gebaut hast in minecraft ja bitte ok machen wir das gleich hier so diga das ist wirklich hier das werk eines e-sports diga das werk eines e-sports bitte bewertet so richtig gut ok ich habe mich gerade gestummt bitte bewertet das haus so richtig gut dass es sich richtig gefühlt ok bewertet das haus so gut dass er sich gut fühlen kann danke was hast du gesagt ich habe dich gerade nicht gehört ich habe mich gestummt weißt du wie man sich bei so einem e-sport dings bewerben kann es gibt keine e-sports von minecraft also nicht soweit ich weiß nein ich rede auch nicht von minecraft ich meine generell so e-sports soo weil ich tiefer e-sports halt ich bin nicht von pro e-sports da gibt es ja meistens so clans so wie ghost clans und so dann und die sind äh spezialisieren sich dann auf bestimmte spiele aha ok ich bewerbe ich dann noch später auf dem e-sports plan äh ich habe phasmophobia das könnte ich auch mal streamen ja aber so richtig krasse horror games habe ich nicht interessiere mich für sowas halt nicht richtig hol dir äh little nightmares ich habe gesagt ich interessiere mich nicht für horrorspiele dann fange ich hier im stream an zu heulen hab ich gar keinen bock drauf alter ok also heulen jetzt nicht aber ich habe gar keinen bock dass ich hier dann sterbe im stream soo jetzt könnte man haus fertig werden ok soo ok ne ich glaube nur unten noch eine etage höher oder zum beispiel phasmophobia oder so oder das ok zack 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 eins zwei eins zwei drei vier eins zwei drei vier eins zwei drei vier eins zwei drei vier soo soo boom digger haus gebaut warte noch nicht ganz safe bist du dir sicher dass du schon fertig bist? eine tür muss noch rein soo soo du legst jetzt doch hier 5 breit soo ok lieber einmal mehr als keinmal mehr warte 2 3 4 5 6 einmal breiter 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 1 2 3 4 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 Perfekt 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 wenn ich dann haupt nebenbei auch noch youtube-videos mache dann werde ich zu twitch wechseln für streamen macht glaube ich mehr sinn so 1 2 3 4 5 6 wusstest du dass du auf zwitsch sehr schnell partner werden morgen wieder mit sechs jahren und mit fünf followern zwitschpartner werden gar kein bock wir sollten schnell aus wie lange brauchst du für den haus noch ein paar blätter hier mit beleitigen warum habe ich gerade nach da gebaut ich bin ich dumm ich will mit hühnchen ab ach scheiss ich kann jetzt nicht so viel also ich will eigentlich keine spenden von euch ich kann nichts abbauen schwarze wollen auch wenn sich das irgendwie anhört wie die größte lüge dass ich keine spenden kann ich will das nicht haltet euer geld mann ich will doch nur sand das sieht cool aus mit sand hier so weißer um geh weg du dumme schaf hast du dein haus mit sand gebaut wenn deine mutter sagt spiel mit dem nachbars kind das nachbars kind so hier sieht doch gut aus so jetzt jetzt trachte ich mein haus mal von außen ja kann man kann man drin leben digga ohne möbel nur mit einem bild an der wand kann man drin leben digga resource pack oh mein gott ich habe was herausgefunden was denn das das hilft mir bei der verschwindung bei meinem haus ja die blöcke bleiben hier trotzdem hier alles ab dafür müsste ich jetzt aber noch mal an den strand rennen kann man hier so markierungen sitzen damit ich weiß wo mein haus ist ja aber wenn du dich mit zurückführen ist sagt mir scheitern ich will wieder her ok ich mache ich mache und schön vorgarten jetzt einfach machen schon so wirklich los das ist so cool er freut sich darüber dass er herausgefunden hat dass man blumen abbauen und platzieren kann das ist so geil weil deswegen kann ich mir jetzt wunderschönen vorgarten machen ja so richtig schönen vorgang das wird geil das wird geil digga ich suche so ein teich bauen wäre auch geil digga so jetzt erstmal soll ich ein teich bauen ich muss das alleine machen dafür bin ich ja hier dafür spiel ich ja dieses spiel ok also du willst das alleine machen und einen teich bauen genau max der advanced boy alter oh mein gott 10 zu 10 so warte die box brauche ich diese dumme box da noch ne ne oh so er hat er erstmal noch hier bringen ich kann er nicht platzieren ne ich bin dumm ne hör auf mit der ironie ich hab ja nicht mal angefangen mann aber meinst du max max haus ist wunderschön mit diesem mit diesem sand warte doch noch warte digga mach doch also wenn du schon sand auf deinem dach benutzt dann mach doch wenigstens wenigstens ein dach dachgarten ok das ding digga der kommt auch noch der kommt auch noch digga der wird auch noch kommen so aber jetzt erstmal mein schon auf den ohrgarten da muss ich jetzt aber erstmal sand sammeln und wasser äh sorry miri dass der lightbot dich gerade für fünf Sekunden blockiert hatte weiß nicht was der für kick sagt das sind ja alles in meinem blöck ja ich könnte diese weißen blöcke benutzen der hat das mit den großbuchstaben als spam account deswegen hat er dich geblockt kurz dann dropp ich mal stein könnte ich in meinem vorgarten gebrauchen du ey du notenzombie geh weg also max haus ist richtig schön max lea hat gesagt dein haus ist eine 10 von 10 ja das nehme ich mir zu herzen vielen vielen dank für spaß schwule skelett ja was sind das denn hier von ich kann wieder fighten digga komm ja du zombie ja schön abgestaffelt so jetzt mach ich den schönen dachgarten erstmal ja es ist 1,8 es ist 1,8 sappy aber du kannst nicht mitspielen das ist die welt von max und mir ich will aber erde mit gras und nicht normale erde kann dir gras geben wenn du willst gib mir gras das ist gras digga ich wills haben also ich hab kein gras aber ich hab blumen du willst keine blumen was ich hab kein gras erde mit gras wächst nach einer zeit du kannst aber auch abbauen aber nur mit silken soll ich dich mal komplett überfordern ja wenn du silken touch auf deiner schaufel oder spitze oder so hast dann kannst du gras auch abbauen ok nein meine sense ist nicht zu hoch ich hab wieder eine viel bessere idee digga der sand kommt jetzt weg max sense ist viel zu hoch der spiel auf standard settings den full idiot digga woher soll ich das denn wissen ja also wenn du mit den mit den settings gut spielen kannst dann ist das ja gut für dich aber ich oder sappy wir könnten damit halt gar nicht spielen wenn du damit gut spielen kannst ist es gut wo ich die ist ja an der eingang bin ich dumm so jetzt hi knickify oder knickify ja genau so das sieht gut aus ganz kurz es ist also mir kann niemand sagen dass es bei der person nicht auch so ist wenn sie minecraft spielt das inventar ist immer super sauber aber die truhe sieht immer so aus die truhe sieht immer so aus egal was man macht es gibt immer eine truhe im haus die sieht eins zu eins genauso aus wie die truhe von mir gerade eine truhe wird es geben bei euch ist es ein server äh ich glaube ein privater server von max und mir also von max und mir meine schaufel ist kaputt gegangen meine axt ist kaputt gegangen meine axt ist kaputt gegangen dann kommt wohl der stock zum einsatz ist ja genauso stark hast du gerade gesagt dass man mit dem stock genau so schnell sand abbauen kann wie mit einer schaufel ja ne mit einer axt ne axt ist auch nicht dazu da sand abzubauen keine ahnung kann ja sein so warte jetzt brauche ich nochmal birkenholz aber ich habe kein birkenholz ja ich kann ja auch eine neue machen das ist eine steinschaufel aber die der sand wird ja direkt gewonnen meine truhen sind geordnet in jeder welt ja ja also bei mir ist das immer so dass ich am anfang gerade also wenn ich noch baue oder so dann sehen meine kisten immer so aus ich sollte dir auch dann zwischendrin mache ich das dann unbewusst einfach so ja also knickfei ich weiß nicht ob du mitspielen kannst weil das halt auf pc ist erkennt man glaube also ja ich gehe gleich auf warum gehst du gleich auf ja warum so früh schon warum so früh schon erstens essen gehe und ich weiß nicht ob ich danach wieder on komme i don't know kommst du jemals wieder in minecraft on ja doch nicht was ich warte nein morgen wahrscheinlich wieder oder übermorgen ja ok aber bevor ich hier diesen zweimal verlasse will ich mein haus fertig bauen das ist oberste priorität und das wird jetzt durchgezogen ja so ich bock mir mal hier was aus danke ich hab immer eine kiste die aussieht wie scheiße weil die nein ich wollte mir nur was vorgen wenn du holz brauchst sagt mir wahrscheinlich ich hab genug man gib mir holz ja komm her bitte warte ich muss gucken war das so war das so ja das war so ok jetzt muss ich erstmal bohr digga mein juventar ist komplett obmuch digga doch das kam weg jetzt jetzt du hast es nicht mehr mein hauswitz mein hauswitz seppi wenn du redest dann kannst du mitspielen oh ich glaub mein essen ist da nein ich will dieses haus gefällt kannst du fragen ob wir getrennt essen können luca ich will mein döner hier essen on stream öner von mehmet genau mehmet digga so so perfekt ja ich geh gleich wieder fifa zogen leiders wie du einfach flüsterst ich geh gleich wieder fifa zogen leiders obo fifa auch so ein briggs game weißt du wann wer ist denn wenn hast du eigentlich minecraft und wann wieder prasmo prasmo irgendwann on stream nochmal wieder mit leuten die reden und ja jetzt kommt hier mein wunderschöner dachgarten eure häuser sehen aus wie meine füße ja digga also ich bin ja nicht mal also ich hab nicht mal richtig angefangen man ich hab nur den grundriss passiert wie ist das jetzt passiert max ich fiel der schwerkraft zum opfer richtig unfair das ist ein anderer planet hier digga ich komm mit dem planet nicht klar bist du gespawnt bist du über OBS wie bei normal OBS hey ja ich geh glaub ich auch ich geh jetzt essen ja ich muss jetzt auch essen aber ich mach zuerst deine sachen also in ne kiste damit die nicht gespawnen halte mein haus in ehren mein haus was nie fertiggestellt wurde bekommst du auch morgen wieder online man dann halte es in ehren bis morgen kann ich machen max verteidigt ist ja mit einer der kraft ne hau rein ne ciao oh mein gott alter ja ich komm gleich ich mach kurz max sachen in die truhe damit er schön hier auch nichts verliert mit der arme so warte warte was dabei ja da war was dabei warte kurz so mach ich das jetzt noch kurz oder noch dieses oder noch nein ceike viel spaß ooo spaß und pass auf. Doppelpunkt D. Okay. Und jetzt gehe ich auch erstmal offline. Okay, warte jetzt. Das hier ausmachen. Schnellen Text hinzufügen, dass ich weg bin. So. Bin ist Okay. Okay, dann bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich gucke die eine Etage hier noch Entschuldigung ist es Hausfriedensbruch bitte erklären Sie sich ja hier höre ich auf das Hausfriedensbruch ich weiß nicht Regen ausmachen kann aber ich mag Regen ne ne ich kenne mich ich kenne mich mit Commands aus ich weiß das mit Slash Toggle Don't fall oh ich hab Caps drin hier ich kenne mich mit Commands aus alles gut ich muss ja Max schon alle 5 Minuten teleportieren weil er stirbt manchmal also alles gut ihr müsst mir keine Commands oder so in den Chat schreiben also ich kenne mich mit Minecraft schon aus ich spiele schon seit Jahren nur ist das also ich egal manchmal spiele ich halt komisch und das verstehen manche Leute nicht ich glaube ich bin sogar die einzige Person in Minecraft die Regen mag älter du warst noch nicht so lange hier wie jetzt Wiesemarker was wie was was ist passiert ich versteh grad nichts was wollt ihr von mir das Ganze ganz schön so Leute wir leben jetzt Okay Ich weiß nicht, ob ich jetzt Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder Regen anmachen kann damit Ich glaube aber schon Dann lassen wir Regen halt an, es tut mir leid Mann Tut mir leid Sleppy Und ja, ich werde im echten Leben teleportiert Ich bin Teleporter Warum habe ich eigentlich Warum kann ich über 1000 FPS machen Wenn ich Hier eigentlich, warum, warum Ich habe auf maximal 150 eingestellt gehabt Letztes Mal auch noch Ich verstehe, warum es manchmal kurz lag Oh nein, ich habe Oh, ich mache wieder unbegrenzt rein Nevermind, vergiss es einfach wieder Wie bin ich jetzt von 500 auf 200 FPS gewechselt? Explain please Lass ihn laufen, macht mehr Spaß Ich kann, das Problem ist, wenn ich ihn laufen lasse, dann wird er gehen Dann wird er einfach verlassen Das ist das große Problem, was Max hat Und wir sind schon relativ weit weg Also nein, ich lasse ihn nicht laufen Sollte ihm, glaube ich, noch Schuhe machen, oder? Oh, das sind nicht genug, kann das sein? Dankeschön, für gar nichts Hallo Oh, es reicht, Minion Halte, guck mal Was ist das? Wer bist du jetzt? Doch Sehr schön, der Himmel Einfach so ein Goku Ich überleg gerade, was ich mache Wie das? Hallo Du sprungst Ach, schockst Mann Wo bist du? Ey, du bist so ein Ich bin selbst in der ganzen Place Safe? Ich weiß nicht Also eigentlich habe ich nichts falsch gemacht Wenn du darauf hinaus wolltest Nicht Nee, hier kann man keine Schilder bearbeiten Trink oder den Fini Aber das ist wahrscheinlich eine Mod Das ist jetzt Oh Kann man echt kein Paragraph auf dem Schild zeichnen? Wofür Okay Hallo Max Du Bis Okay So Jetzt Möchte ich die Dinger auch mal los Warum habe ich Warum gehe ich eigentlich nicht durch die Tür? So Okay Warte Jetzt mache ich mal weiter in meinem Keller Ich brauche Bra- Na, nee, nee, nee Ich habe alles richtig gemacht Ich muss nämlich hier Einmal rum gehen Alles gut Ich habe keinen Fehler begangen Das ist auch so So, du meinst, äh, zum Blocken schildern Nee, die gibt es nicht Aber ich komme auch so mit dem Mobs, klar Warum ist Lappi-Mod eigentlich auf 1,8 Lappi Weil es da noch nicht dieses, äh, Schwertladen gab Wenn man schläft Oder warum Aber ich mag das Oh, Mann Zählen Warte Das Anime-Pack ist ein Pack Der Typ hat es verstanden Ja, dann Mach's Hier Lass ich's Hallo Okay, es geht nicht Achtung Äh, das ist Das ist das mit Abstand Beste Tektor-Pack, was ich jemals hatte Tja Was Warte, wir brauchen ein Holzschwert Wir brauchen ein Holzschwert Einen Moment bitte Warte, was Wait Wait, 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 how are we��jiah Das ist so gut Stein, 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 Stein 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 Das ist ja richtig geil, hä? Kommen wir ins Server mit einer Mod, wo die Mobs animierte Charaktere sind. Boah. Wie heißt das Text? Warte, ich guck. Animated Anime Pack. So irgendwas so. Aber da war noch eins. Anime. Da war noch eins vom... Also mit dem gleichen Bild. Hier, Anime Pack. Aber das ist animated und das nicht. Hm. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt will ich mir mehr angucken, weil das Schwert sieht schon heftig aus. Okay. Und das ist ein... Was ist der Hölle? Hä? Warum ist Kenkaneki auf dem Schwert? Was hat er mit diesem Drachen zu tun? Warte mal, der Bum ist gut aus. Nee, doch nicht. Warte mal, warum ist hier Kenkaneki von Tokio Ghoul? Aber... Warte mal. Hier ist ein anderer Schwert. Wer ist da drauf? Der ist aus... Wenn... Lass mich nicht lügen. Von Naruto. Ach, Digga. Gar keine Ahnung. Halbnackt. Brauch ich nicht. Wenn... Wenn ich... Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, der ist aus Naruto. Wenn ich mir... Also ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aber der Rest sieht... Das... Also... Wenn dieser Drache nicht wäre, wäre das halt ein relativ cooles Texture Pack, aber... Ich weiß nicht. Der Typ hat sich, glaube ich, keine Mühe gegeben. Also es ist doch schon Mühe, aber... Anime ist gay. Was? Was ist das jetzt für ein Texture Pack? Jetzt wird's komisch. Hä? Warte, was? Warum ist Erde grau? Warum ist Stein grün? Oder... Nee, warte. Das ist Gras? Ui. Warte, warum... Was ist denn mit dem Bogen passiert? Sie ist schwierig. Warte, es ist... Was ist das? Was ist das für ein Scheiß Pack? Das... Das sieht so scheiße aus. Hm? Warum hat er ihn gebannt? Warum für 600 Sekunden? Night, what do you... Hund? Warum heißt das Anime Escape? Was hat Anime ihn getan? Okay, ma... Das kann ich nicht downloaden. Ich weiß auch nicht, wieso. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Auch Tokyo Ghoul. Anime Edit. Okay. Ah, hier ist auch Tokyo Ghoul drauf. Also King Karniki. Wartet kurz. Apply. Ich bin gespannt. Gott, nein. Ist das einfach irgendein Texture Pack? Mit Re-Tactured Items. Und... Hä? Was hat das mit... Was hat das mit... Tokyo Ghoul zu tun? Das Texture Pack kennt man. Also... Das eigentliche Texture Pack. Aber warum... Hä? The fuck? Anime. Mach mal dein eigenes Pack. Ja... Wahrscheinlich... Mach ich das. Ich mach auch jetzt... Von jetzt auf gleich... Und stream einfach mein eigenes... Texture Pick. Wer hat da Bock drauf? Wartet mal. Ich muss... Ich muss kurz... Ähm... Szene wechseln. Einen Moment bitte. So Leute. Wir müssen hier kurz ein Wort suchen, was ich... Ähm... Weil da gibt es auch manchmal gute Packs. Von Anime. Das kann ich aber auf YouTube nicht zeigen. Team Hentai-Pack, Digga. Okay. Okay. Okay, jetzt sollten wir glaube ich wieder safe sein, Leute. Jetzt ist alles wieder sicher. Wir löschen die Suche. So. Das sieht doch gut aus. Was ist jetzt los? Warum? Warum öffnet sich jetzt der Epic Launcher? Noe? Oh. Aha. Sorry. Nein! Hier. Habe ich auch das Tincture-Pack gewechselt? Ne, warte, warum nicht? Hier, apply. Oh. Oh. Das sieht heftig aus. Die Rüstung geht. Die Truhe. Ist sie animiert? Ne. Öfen, Chili, Schwert. Tja. Wer ist er denn? Wer ist er denn? Wer ist er denn? Kuh, geh ihn dir an. Einfach. Yo. Okay. Da war gleich Ehrenmann. Okay. Oh. Ah, das hat sogar Soundstas-Paket. Okay. Äh, das hier noch. Also ich habe noch, ich habe mehrere. Uff. Äh. Kann ich das zeigen? Okay, also das Inventar ist sehr interessant. Ich mache das lieber wieder raus. Warte, ich will noch den. Okay. Also das Inventar ist auf jeden Fall ein bisschen intenser. Wir machen das wieder raus. Okay, wir gehen. Oh, das könnte, glaube ich, was sein. Uh. Okay, nein. Obwohl, im Inventar ist das animiert. Kennt man, kenne ich den animieren? Ich glaube nicht. Was ist das für die Rüstung? Einfach nur, weil die Rüstung shit ist, wieder raus. Gott, jetzt wird gleich, alter. Alter. Loll. Oh. Oh, das Schwert. Oh. Das Inventar ist wieder das gleiche. Okay. Alter. Ist geil. Okay, bewegt sich der. Meine Augen sind permanent auf dem Schwert. Ich weiß auch nicht, wieso. Okay. Das Texture Pack ist auf Realismus und auf... Genau. Warte. Ist das jetzt wieder das gleiche? Okay. Oh. Oh ja, okay. Okay. Wir haben verschiedene Charaktere. Ist es verwerflich, wenn ich sage, dass ich sie kenne? Aber nicht aus dem Anime oder so. Scheiße, ich muss definitiv die Texture Pack ändern. Oh Gott, nein. Okay, okay. Ressourcen Pakete. Nee, aber das eine, was ich hatte, das hier, das war chillig. Das war cool. Da muss ich auch nicht aufpassen, wenn ich ins Inventar gehen will. Aber hier war gerade eins. Das hier, das sieht gut aus. Okay. Ja, aber das ist geil. Hab ich schon noch ins Inventar geguckt? Ja, warte mal, dann geht's. Okay, und. Okay. Hat die Kiste auch eins? Scheiße, das leckte. Okay. Entspannt. Ich mag das Inventar nicht, aber ich... Wollt ihr heute erstmal Anime gucken? Rias. Okay, äh, ich muss auf jeden Fall jetzt... Okay, jetzt mach ich erstmal weiter. Fühlt ihr euch, dass Texture Pack jetzt wieder Plus-FPS gemacht? Warte mal, gibt's... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mir ist gerade was eingefallen. RGB. Komm, das gibt's bestimmt, da gibt's bestimmt was. Uff, ja man. Download, 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 download. RGB Pack. 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 Mit E, alter. Okay, wo ist jetzt das RGB? Wait. Mir fällt gerade erst jetzt auf, was das für ein Build-All ist. Ist ja gut, ne? Ist mein Spiel gerade gecrashed? Oder mein Spiel? Oh. Oh. Out of memory. Back to Telestream. Out of memory heißt kein Speicherplatz. Ich spiel' kein zweimal zweimal Texture Pack. Wenn du mein schickst. Das war ein Joke. Ich spiel' kein zweimal zweimal Texture Pack. Irgendwas ist, glaube ich, kaputt. Ich glaube, ich hab zu viele. Bin ich entbannt? Ja, bist du. Und du warst nicht gebannt, du warst nur blockiert. Ich glaube, ähm, äh. Oh, ja, ja. Ja, Programm schließt bitte. Okay. Warte kurz, ich muss hier. Okay. Boah. Spielabsturz. Ach, echt? Das hätt' ich jetzt nicht gedacht. Ja, ganz ehrlich, ich dachte, meinem Spiel geht's gut. Ich dachte, dem Spiel geht's gut. Ich hätt' jetzt Real Talk gedacht, dass das Spiel alles... Hm? Was ist mit meiner Cam los? Hä? Ah, ist so dunkle im Zimmer. Wartet mal kurz. Ja, ich wurde nicht richtig erkannt, okay. Okay, ich wurde einfach nicht richtig gerade erkannt. Und so. Funktionen, Ressourcenpakete. Ihr seht gerade nichts beabsichtigt. Okay. Das wollte ich testen. Das wollte ich testen. Das wollte ich testen. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann... Gut. Bad-Hentai-Packen auch weg. Auch weg. Auch weg. 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 Okay. Mache ich das hier rein. Apply. Und ich ändere bei OBS jetzt gleich wieder die Szene. Oh. Okay. RGB. Wie heißt das? 3D-Kamera-Programm, was du benutzt. Äh. Play Game. Komm auf meinen Discord. Und... Also komm auf meinen Discord. Und schreib mich mal privat an. Dann schicke ich dir beide Programme, die du brauchst. Und dann kannst du auf YouTube noch Tutorials dafür gucken. Okay, äh. Ich finde... Das Extra-Pick ist schon geil. Aber... Also von den Sachen... Also vom Eventar her so. Ja, ist schon geil. Aber die Sachen sehen halt scheiße aus. Also die Blöcke. Und dann die Kisse sich mal bearbeitet. Okay, das ist boring. Was ist mit dir? Also schreib einfach mal ausgerechnet in Discord rein. In den Chat und Adam nicht mal. Was? Was hat das mit... Ja... Oh, das sieht gar nicht mehr so weit aus. Wait. Wait a second. Okay, also... Oh, die Blöcke können wir streiten, aber... Hey, that's some good work, I guess. That's some really good work. Oh, scheiße. Ich bin wiederum. Mal aufregen, Alter. I mean... Okay, also... Stell dir vor, du wachst morgens auf. Ganz entspannt... Du... Oh, Mr. Chicken, könnten sie bitte... Stehst du ganz entspannt auf. Halt erst mal dreimal euer Loch runter. Machst du die Tür auf. Und die guckt euch morgens in die Fresse. Entspannter Morgen. Okay. Das... Ich finde das von den Textungen auch wieder nicht so geil. Ich will was Geiles haben, Mann. Oh. 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 Okay. Okay, nein. Okay, nein. Ich bin wieder... Also... Hm. Kann es nicht einfach Geiles geben? Oh, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das Textaffekt tue ich mir nicht an. Ja. Ich gucke auf Discord. Ah, hat es mich angeschrieben, ja. Okay. Moin. Äh. Bist du der... Oh, warte. Oh mein Gott. Ich hoffe, das ist jetzt auch der, der gefragt hat. Oh nein. Hm. Ist der Server jetzt auflegen oder was? Starten. Okay. Also... Du brauchst... V... V... Warte, wie heißt das jetzt? C... Base? Vielleicht muss ich das richtig schreiben. Aber es findet das nicht. Für Cam... Und... Und... V... Wie hieß das andere? Oh, der Server ist wieder online. Äh, wie hieß das andere Programm, was ich da habe? Vroid... Und... V... Vroid... Studio... Damit... ...mirst du ein... Farag... ...verstellen. Okay. Viel... Aus... Ah... Okay, jetzt kann ich wieder auf den Server gehen. Glaube ich zumindest. Ja. Kann man mitspielen? Äh... Eigentlich nicht, weil... Oh Gott, das ist so hässlich. Weil das ein... Die Welt von mir und meinem Freund ist. Aber ich kann eine Welt machen, wo dann... Community mitspielen kann. Dann kann ich dann die IP in die... Oh. 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 Okay. Gut, gar keins der Ressourcenpakete hat. Auch nur annähernd geschafft. Hallo, durchgefallen. Auf Discord heiße ich G18 mehrschein. Ich finde mir das mental nicht so geil, man. Also hier unten. Die... Die leistet hier unten. Ich will irgendwas richtig geiles haben, was mir auch richtig gefällt, man. Ähm... Gibt es hier pure WD-Kraft? Ne, gibt's ja nicht. Okay. Ähm... Anime. Komm schon, ich will was geiles haben, was ich auch benutzen kann. Die ganze Zeit. Das Anime-Pack ist ein Pack. Das Anime-Pack ist ein Pack. Ich will dieses Pack haben. Ist doch egal. Sollen die halt disliken? Ist doch deren Meinung zum Stream. Wenn ihnen den Stream... Wenn... Denen der Stream nicht gefällt, dann ist das so. Da kann ich nichts dran ändern. Okay, ich könnte ein besserer Streamer werden, aber sonst nicht. Nichts. Das könnte noch was sein. Ich will was Gutes, man. Okay. Oh ne, das hatte ich schon. Okay. Demon EX. Bitte, bitte sei gut. Bitte sei gut. Oh nein. Oh. Oh man. Mann. Warum so hässlich, Lan? Ach, Digga. Ey. Er hat... Digga, er hat sich noch nicht mal Mühe gegeben, die Kiste zu retexturen, Mann. Guckt euch das jetzt an. Warum? Warum hat er sich nicht mal die Mühe gegeben für die Kiste? Ach, Digga. Schmutz. Raus. Weg. Fui. Pissig. Nie mehr. Deutsch. Leute, ich scrolle mal nach ganz unten. Und nehme das hier. Und ich nehme das hier. Bitte sei gut. Bitte sei gut. Wenn das der Himmel ist, dann ist das gut. Und die Texturen normal sind vom Spiel. Okay. Was ist das denn? Kannst du übertreiben? Scheiße. Ich habe kein Essen mehr. Hunger. Hört mal. Deko-Craft. Deko-Craft? Warte kurz. Warte kurz. Ich gucke mir noch kurz die zwei hier an. Also das eine hier jetzt eigentlich noch. Und dann gucke ich, was du meinst. Sei doch einfach gut, Mann. Nichts. 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 Das arme Fleisch. Ach, Schmutz. Warum? Warum ist die so scheiße? Warum ist die so scheiße? Okay, was soll ich jetzt suchen? Ich habe dir einen kleinen Text geschrieben. Schreib mal Deko-Craft. Normalerweise gibt es eine Mod davon, aber bestimmt ein Täter-Pack. Oder von Deko-Craft, ich weiß nicht, ob es das hier gibt. Also wenn es ein Täter-Pack von Deko-Craft gibt, dann glaube ich nicht. Hier. Oder von Misa. Was? Misa? Soll ich das jetzt wirklich suchen? Okay, komm. Misa. Na-ru-to. Search. Achso. Es gibt ein Naruto-Tector-Pack, aber... Warte, 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 warte. Zero-two. Wenn es da eins gibt, mir egal wie scheiße die Blöcke aussehen, ich nehme es. Okay, jetzt, 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 jetzt will ich eins haben, Mann. Zero... Warte kurz. Zero-two. Krimine-Kraft. Tector-Pack. Oh, resource-Pack. Gibt es irgendwelche... Okay. Okay. Ah. Weiß nicht, ob ich das nehmen soll. Ihr seht gerade nichts, aber das ist... Zero-two-Minecraft-Resource-Pack. PVP-Tector-Pack. Aber PVP-Tector-Packs, das brauche ich ja nicht. Weil das sind ja nicht alle Blöcke. Tector-Pack. Also... Oh. Ist das der... Wait, das ist der Himmel? Oh, wait. Dann ist es doch eine Überlegung wert. Wait a second. Die Blöcke sind zwar nicht so die hübschesten. Eigentlich gar nicht mal so geil. Eigentlich gar nicht geil. Oh, Mann. Das Tector-Pack wäre so geil gewesen, wenn die Blöcke normal wären. Oh. Hm. Oh, gut. Ja, gib mir den Download. Ich will das haben. Oh nein, das ist... Oh nein, das ist einfach nur ein Upload of Reddit von dem Bild. Oh, scheiße. Anime-Meme-Pack. Installieren. Oh nein, das ist das Falsche. Nein, 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 nein. Anime-Meme-Pack. Mine-Kraft. Okay. Minecraft-Meme-Tech-Chapag. Ne, Miser. Hab auch Naruto-Chapag drin. Willst du mit mir spielen, Mary? Also, spielst du auf PC? Wenn ja, dann kannst du mit mir spielen, wenn du möchtest. Dann mach ich kurz... Obwohl, dann kannst du hier mit mir drauf spielen. Brauchst du ein bisschen weiter weg. Okay. Ich hab das jetzt downloaded. Jetzt hier. 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 Hallo. Sei bitte hier. Ja. Du hattest es jetzt angewendet. Ja, Mann. Das ist die beste... Wartet. Leute. Also. Jungs. Mädels. Das ist doch... Was ist mit der Kiste los? Mit der falsch. Hä? Okay. Weg. Oh mein Gott, es gibt pinke Bäume. Oh, es gibt pinke Bäume. Oh, es gibt pinke Bäume. Ja, ich suche mir ein Texture Pack, wo einfach Zero Two im Himmel ist. Das reicht mir. Warte kurz. Oh nein. Hä? Warte mal. Ist der Zombie ein Anime-Girl? Wait. Geh weg. Digga, er ist einfach ein Scheiß-Anime-Girl. Ich bin gerade wirklich der Überlegung, ob ich das drin lassen soll. Welche Version hast du nochmal? 1.8.9. Also 1.8.9. Ja, aber irgendwie, ich finde, so bad ist das gar nicht mal, das Texture Pack. Cool Rüstung. Einfach Slappys Hoodie. Ist Rüstung. Zero to Minecraft. Mielekraft. Sky. 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 ja das nehme ich kann ich es downloaden mein Junge bitte Discord, want to purchase a custom pack, contact me here und da ist er auch wieder aus meinem Leggings raus ja egal, vergessen wir, ja 1.8.9 spiele ich vergessen wir das einfach wieder mit den Texture Packs mach jetzt einfach das hier rein, Anime Sky war das nicht der, den ich so scheiße fand? oh, Full Violet Pack, kann ich auch nochmal angucken also Anime Sky, kurz auf K, ok ah, perfekt, das Full Dingsbums kann ich gar nicht mehr ausrüsten also, bei Anime Sky war glaube ich, das hatte ich sogar schon drin, aber da sah der Himmel einfach hässlich aus das war glaube ich mein Problem also ja, es ist halt ein Anime Himmel, aber warte, ihr seht gleich was ich meine oder auch nicht, hä? warum geht das denn nicht, hä? weil es Nacht ist? vielleicht weil es Nacht ist, keine Ahnung wait, ich mach kurz ein Bett und leg mich schlafen, vielleicht weil es Nacht ist jetzt, maybe, bitte, oh ja Guckt! das meine ich, also erstmal das hier, das Arschloch des Himmels und dann siehlt gar nicht mal so geil aus finde ich es ist nicht so geil und hässlich warum gibt es nicht einfach einfach so richtig geil ist und mich komplett überraschen würde und richtig geil ist habe ich schon gesagt oh mein gott oh nein der himmel ist so geil aber warum warum die blöcke das ist wieder so ein cooles texture pack eigentlich vom himmel her und man sieht und macht es ohne diesen himmel der exe Okay Vielleicht mal ein gutes Oh Es ist doch wieder nur ein PvP basiertes Pack Nur die Sachen, die es auch in PvP gibt Sind wahrscheinlich jetzt wieder Außer die Menüs Ja, das ist doch wieder Kacke, Mann Ich stelle mir gerade vor Er saß da so Stundenlang An diesem Inventar An der Kiste Bogen und Schwert An der Rüstung An den Menüs hier Und dann Hat er sich den Erdeblock vorgenommen Und dachte sich, nein Kein Bob mehr Jetzt muss man an meinen Server kommen Nur ein bisschen Ja Komm auf Also schreib mich mal auf Discord an Ich schreib dir kurz meinen Namen in den Chat Und dann schick mir die IP privat Warte kurz Warte kurz So, adde mich auf Discord Schreib mir die IP Und dann komme ich kurz drauf Dann gucke ich mir den Server an Wenn du möchtest Ja, aber das Resource Pack ist wieder schmutz Sein Vater Ich mach jetzt das hier noch Und dann Wenn das kacke ist, dann Lass ich mir den Texture Packs Fürs Erste Hier Apply Wenn das jetzt geil ist, wäre geil Der Himmel ist wieder so gut Der Himmel ist wieder so gut Das Inventar ist schön clean Die Rüstung Ist aber auch wieder ein PPP, oder? Ach ne Ich glaube es ist alles re-tactured Och Junge Ja, ist ein gutes Pack, aber Ich mag die Böcke wie gesagt nicht Wenn die so aussehen Also wieder raus Dann nehme ich halt einfach wieder das hier Hi, das Was? Hi, das ist exakt Wie geht's dir? Willkommen im Stream So hat er mir eine Freundschaftsanfrage geschickt? Ne Wollt ihr nicht, dass ich auf seinen Server komme? Okay, dann halt Also Wenn er nicht will, dann will er nicht I guess Also Oh, dankeschön Den hab ich glaube ich verloren Also ich wollte hier weitermachen, stimmt Hat er jetzt geschickt? Okay, ne Hat einfach keinen Bock auf mich wahrscheinlich Also bitte komm, ja Schreib mir deinen Also ich hab gesagt Du sollst mir auf Discord adden Ich hab dir grad meinen Namen in den Chat geschrieben Dann schickst du mir die IP für deinen Server Und dann komm ich drauf Widergaben 105? 106 Was? Wait, mein Stream hat gerade 106 Aufrufe? Wie die Talk? Wait Wait a second Das ist keiner sus Nie im Leben Ist er auf Server oder Singleplayer? Möchte auch wissen, wie man spielen kann Also mitspielen kann man wahrscheinlich gleich Ich mach dann nen Server Oder also so nen Survival Server Für mehrere Leute Dass wir dann zu Ja mit Mehreren Leuten drauf spielen können Aber jetzt gerade ist noch Nen Duo Server mit mir und meinem besten Freund Aber gleich mach ich nen Server für mehr Leute Hab auch Server Der ist aber noch nicht fertig Ja Hat er mich jetzt auf Discord geedit Oder will er trotzdem Ja Er soll mich doch nur auf Discord adden Warum bin ich hier immer noch in dem Call dran? Seine einzige Aufgabe, dass ich mitspiele war Er soll mich auf Discord adden Das kriegt er nicht hin Also Sex, Sex Wenn du mit mir spielen möchtest Dann schreib mal aus Wo sich nen Discord in den Chat Und dann komm auf mein Discord Äh, Sex, Sex Auf welcher Version spielst du? Ich kann dir keine Anfrage bei Discord schicken Hier, du kannst mir keine schicken Dann schreib aus Wo sich nen Discord rein Komm auf mein Discord Und schreib's mir da Dann schreib's mir Auf den Discord oder so Schreib die IP da einfach in den Discord rein Nee, warte mal Ich mach grad Das wollte ich gar nicht craften Ich wollt' die hier craften Und auch nur einen So, keine Ahnung, warum ich das jetzt gecraftet hab Das ist mir grad einfach so eingefallen Ich brauch's nicht mal Tja Ich wollt's einfach nur haben Ist mir egal Ist mir egal, okay Achso, nee, weiter wollte ich gar nicht Dann komm auf mein Discord Genau, genau Okay Wie viel Uhr ist denn? 17.41 Okay, aber um 19 Uhr bin ich 19 Uhr Ja, 19 Uhr bin ich weg Also um 19 Uhr ist Stream auch zu Ende Da hab ich nämlich Ein dringender Termin Sagen wir's so Um 19 Uhr In Fortnite Mit ner Freundin Wichtiger Termin Zahnarztermin, wisst ihr? Okay Ich geh schon mal bei Discord In den Chillen Channel Ihr könnt da zukommen Oh, scheiße Mensch Bisher geht's kaputt Ich bin so voll Jetzt nach oben zu laufen PS4 auch immer Ich hab gar keinen Bock Ich hab oben ne Ich hab In jedem Raum Egal wo ich was machen könnte Hab ich immer ne Craftingbench stehen Ich hab in der obersten Etage Einen stehen In der untersten Etage Wie du Mod wirst Wenn du mehrere Streams aktiv bist Und mir hilfst Und dann Und wenn's dir egal ist Welches Spiel ich spiele Also ich spiel ja gerade Minecraft Und wenn du dann Wenn ich dann nächste Woche Irgendwie Keine Ahnung Call of Duty Hi Ole Gamer Warum bist du jetzt in meinem Hi Ich benutze wirklich in den Hintergrund Freien Du bist sehr leise bei mir gerade Warte So jetzt red noch mal Hallo Ja Abonniert alle Ghostomaka Bist du auch gerade in meinem Stream? Ja ja Hab gedacht Mit wem redest du Hab ich gedacht Na hab ich direkt gedacht Stream Welche Version? 1.8.9 Ah ja Das hab ich auch gesagt Hab ja allgemein reingeschrieben Okay Ah Allgemein 1.8 Okay ich komm dann gleich drauf Ich äh 1.8 War's? Warte mal was nochmal? 1.8 1.8 ja 1.8 Erstellen 1.8 1.8 Okay du bist so viel lauter als ich Okay dann Okay jetzt red nochmal Hi Okay Dann lass ich's so Sorry Stream dass ihr euch gerade seine Stimme geben musstet Okay dann geh ich jetzt mal hier runter Ja ich geh Dann lass ich's aber hinzufügen Aber ich bin alleine Server Ich bin alleine wo bist du? Hilf mir Ich hab wieder euch alleine diesen Creeper Ah da war er doch gerade Ah Ah Holy shit Hilfe Hilf mir Also Toller Server Netter Spawn Tolle Mods auf dem Server Welche Plugins sind das? Was hast du für Plugins? Ah Irgendwas stimmt nicht Was heißt das? Das ist nämlich nicht schön Aua Hält mir Ne Stimme Ne Spinne Ich hasse diese Spinne Sie stört auch das Platz Aua Achso ja dann start die mal bitte Man kann nicht schwimmen Voll vergessen ist ja die Stimme Voll vergessen ist ja die Stimme Summer Cow Ja was ist Was ist das? Die Rosen sind so klein Es ist Curse Reinkauf und man spawned auf der Insel Was spielst du denn gerade? Ich bin auf dem Server Oh Geh da runter Alter Du hast ja nichts drauf zu suchen Ja die Spinne kackt mich an Ja die Spinne kackt mich an Steht immer noch Steht immer noch Kann nicht drauf Bei dir? Also nein Wegen dem Server Von dem anderen Typen Der wollte dass ich drauf komme Ah Ja ich will auch drauf kommen Nicht Meine Schneidebord Ja Ach man Ach man Schasses Okay registrieren So 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 Ich kann verallgemein Bestimmen Ach was ist der? Okay Ach was ist der? BANG Okay Ich stelle da ins Server Wer die Server IP wird Ghost Ach Keine Ahnung Army Ja Ghost Army irgendwas Keine Ahnung Ja danke Nightbot Endlich begrüßt mich danach Version auch wieder 1.8.9 1.8.9 1.8.9 1.8.9 1.8.9 1.8.9 1.8.9 1.8.9 Ich kann mir das nicht merken Ich hoffe einfach dass ich jetzt Community richtig schreibe 5.9 aber der ist noch in der Warteschlange, dauert kurz eine Minute. Scheiße. Ich muss aber eh wieder hier 10 Jahre runterscrollen. Ich bin gerade über erschrocken. Ah, der Server von ihm geht jetzt online. Und Kent Connected Server. Gut, perfekt. Ich glaube, er hat Issues mit seinem Server. Oh ja, definitiv hat er Issues. Okay. Preparing. Yay! Der Server ist jetzt starten. Okay. So. Der Server fährt gerade übrigens hoch. Nur mal so zur Info. Ja. Community, I think. Wir haben ein paar Englische bei dir. Ich bin glaube ich der, der am längsten schon einen Neulingang hat bei dir. Er kann noch nicht sein, wenn er ein Neuling ist. Egal. Aha. Wie gesagt, ich habe es sehr wahrscheinlich falsch geschrieben. Er korrigiert mich. Community, I think. Mann, ich werde immer wieder gemobbt. Sogar von meinen Zuschauern hier. Geht doch nicht. Ach, das hast du eigentlich nicht so geschrieben. Ich habe das nicht nur alles gemacht. Okay. Äh. Äh. Oh. Mo. Mo. Moni. T. Server. Zur. Vival. Schön primitiv. Mann, kommt immer noch nicht bei dir rauf. Baut noch kurz. Oh. Oh, Doppel-M hast du vergessen. Ja, Community wird definitiv mit Doppel-M geschrieben. Ich vollidiot. Oh mein Gott, ich bin so... Röschen, Röschen. Schön. Prost. Werdig. Jetzt, jetzt ist gut. Alter, startet immer noch, what the fuck? Wie lange startet der? Hi, Edwin. Sorry, ich hab dich nicht gesehen direkt. Alter, wie lange startet der denn jetzt dieses Mal? Digga, warum dauert das denn so lange? Vorher hat das auch nicht so lange gedauert. Okay, das kann jetzt ein bisschen länger dauern mit dem Server. Sollen wir mal gucken, auf welchem Server ich gebannt bin? Wir gehen mal auf Gomme. Aber passt auf, ich bin gebannt, wetten wir? Oh, nee. Oh. Neh mal das... Was? Das 1... Gibt's das bei... Äh, bei... Gibt's das bei Labi-Mod? Ausrufezeichen 1... Inata... Hab ich's richtig? Ne. T-H-A-N. Okay. Search. Gibt's hier nicht. Müsste ich dann glaube ich gleich downloaden, aber... Ehrlich, ich bin zu faul gerade. Kann ich nach dem Stream machen. Ich ballte jetzt erstmal das, was ich drin hab. Ist der Server von dem Typen jetzt online? No. Wir gehen... Doch nicht. Okay. Dann gucken wir mal, ob ich auf abgegriffen Server gebannt bin. Oh, ich dachte, ich wäre hier gebannt. Ey, da waren wir doch gestern ins Raubro. Ne, ne, ne. Ja, alles gut, alles gut. Oh, bruh. Ach, Digga, ich kenn mich hier gar nicht aus. Auf irgendeinem Server war ich heute gebannt. Ja, hier. 12 Tage. Der Server startet noch... Dauert noch kurz. Jetzt ist der Server online. Willkommen auf dem Server von GhostGayGay. Aber da steht... Irgendwie geht das nicht. Warte mal, warum nicht? Wir wollen auf den Server... Multiverse Connected. Klein. Warum geht es nicht? Software... Spieler... Das stimmt nicht. Das ging doch die ganze Zeit. Warum geht es jetzt nicht? Ach. Mensch. Mensch. Warum ist der... Stopp, der Server ist auf der 1.16. Warum ist das so? 1.16 auf einmal? Ne, aber... Ah. Nein, nein, nicht 1.16. Der Server ist nur auf die 1.16 eingestellt. Ich hab keine Ahnung, warum. Er ist on! Er ist on! Ah, das ist so, ich gehört. Der Server ist on. Der Server ist online von dir? Okay, warte. Nicht von dir. Ah, aber der ist... Ich will da nicht drauf, weil der 1.16... Also, dann müsste ich die Version kurz wechseln. Ich will nicht 1.16.5. Also, da hab ich keinen Bock drauf. Ach, komm. Oh. Spiel beenden. Ich mach kurz für dich die 1.16.5 drauf, warte kurz. Also, ich mach kurz wegen dir die 1.16 drauf, kurz. Das heißt, die meisten Vorversionen. Dann geh ich kurz bei ihm auf den Server. 1.16.5. 5. 5. Ey, du hast Glück, dass du hier nicht so Musik-Bot geeditst hast. Ja, ich weiß, dass ich 1.16.5 gemacht hab. Das war ein Fehler von mir. Er hat's eben nicht übernommen gehabt. Was? Also, ich hab den Server jetzt wieder offline genommen, hab jetzt auf die 1.16.5 umgestellt. Oh, jetzt muss ich wieder besser umsetzen. Schön. Einfach kurz warten. Ich starte jetzt meinen Server wieder. Ach, ich bin jetzt ein 8. Mir egal. Dauert jetzt kurz. Bra- Ah, nee. Mehr Spieler. Wort fahren. Server. Server. Noch zwei Minuten, ne? Ich kann nicht auf seinen Server drauf. Da steht irgendwas von wegen 1.21 nicht eingerichtet oder so. Und jetzt steht da, konnte keine Verbindung aufbauen. Oh, willkommen bei Minecraft. Herr Somaka, denkst du, irgendwer hat gemerkt, dass wir gerade in Trolls sind? Nee, hier steht die ganze Zeit das hier. Das ist ja doch 1.16. Gut, dann war's das auch wieder mit dem Server. Oh mein Gott, okay. Okay. Los. Gut, dann mach ich wieder auf die 1. Ich bin jetzt 8. Mein Minecraft-Name. Äh, warte. Frenzy Shark 7. Hi, WRCF Gaming. Was geht? Willkommen streamen. Okay, der Server ist jetzt online auf 1.8. Wir treffen uns erstmal alle am Spawn, okay? Ja. 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 Oh, so ist es aber. Ähm. So. Ja. Multiplayer. Boom. Ghost Army Server. Ja. Ja. Sind wir. Tötet die Welt. Oh mein Gott, warum hab ich immer so beschissen Spawns? Oh mein Gott, jeder ist auf dem Server, jeder ist auf dem Server, jeder ist auf dem Server. Auf dem Server, wo du gesagt hast, dass wir nicht drauf gehen. Da ist, da bin ich drauf gerade. Und auf dem Server sollen sie drauf, du Nudel. Du hast aber erstmal gesagt, dass wir nicht hin. Das war, ey, du hast einen coolen Skin. Ich seh zwar scheiße aus, aber egal. Oh ja, da hast du recht. Wie wär's er denn jetzt? Wer? Soll ich dir helfen? Kill ihn. Ich wollte gerade helfen. Auf hier mit Gabriel. Soll ich ein Schwert machen? Tschüss. Er kann ein Schwert machen, aber mich wehren. Warte, ich geb dir ein Schwert. Ist das eine gute Idee, ihm ein Schwert zu geben? Nein, Spaß. Lass ihn abschwachten. Warte, hier. Go. Nimm das Schwert. Nimm du das Schwert. Danke für das Anime-Schwert. Wo ist der? Oh, man kann hier blocken. Ja. Junge, ich kette dir jetzt. Der darf sich nicht anklagen. Nee, ne? So heiße ich. Ja, ha, ha, ha. Stress. One hit. Wir haben ihn auch eben vollkommen verprügelt. Ja, ho, ins Bett. Hi, Zeck, Zeck. Oh, er hat sich instant gemutet. Das ist ein Släppi. Na. Ja, okay, nimm das Schwert, eh. Nimm das Schwert. Musik-Issues? One more please. Geil. Okay. Echt? Oh, Gott. Okay, da muss ich es jetzt so lassen. Habt ihr gesagt, den sollt ich in Ruhe lassen? Lass ihn jetzt so. Einmal, er feste ich einmal an. Ich werde ihn gewonnen haben. Warte mal, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, was wollen wir jetzt hier machen? Ja, spielen. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Und hier ist kein Ding. Warte, Leute, ich mach mir ein Boot. Dann können wir, dann können ein paar Leute von uns zu fahren. Irgendwo hin. Ey, Junge, ich hänge fest. Ich hang gerade in der Flamme. Ey, ey. Was? Ehrenlos. Nee. Hier nimm dein Schwert wieder. Alles okay. Lass ihn. Ehrenlos. Junge, er hat gerade einen von uns gekillt, ne? Ja, er gehört aber auch zu uns, du Nudel. Das 60 ist... Ah. Lass den armen Jungen in Ruhe, Mann. Ist die Musik schon zu Ende? Das ist nur sehr leise Musik. Okay, gut. Er will jetzt mal herausgucken, wie man ein Boot macht. Ich hör nur, das ist ein Slappy. Ich denk mir nur... Was? Ich hör nur, das ist ein Slappy. Ich denk mir nur... Wer ist denn neuer... Wer ist denn neuer... Gut jetzt. Nein, der ist reingekommen, hat sich instant gemutet. Da hab ich direkt gesagt, das ist ein Slappy. Wie macht man ein Boot? Hilf mir immer jemand. Hä? Wie macht man ein Boot? Bootform. Kommt jetzt mal bitte aufhören, euch da oben aufzuschlachten. Ich mach das nicht. Ja, ich komm später drauf, okay? Aber jetzt lass mich erst mal hier mit denen... Was hat ihr für ne coole Mütze? Ja, ich weiß aber nicht, wo man das macht. Oh, Junge. Ich geh doch mal nach Römer für die Insel. Echt, das Wasser sieht so schwarz aus. Das meinte ich jetzt nicht, weil ich mir noch das ist. Hilf mir Spaß gegeben. Okay. Also gehen wir da vorne hin. Ja, komm da noch hin. Ey, Junge. Wie klappt. Warte auf mich. Warte auf mich. Junge Bro, warte auf mich, ich ertrinke. Hilf mir. Oh ja, hier ist direkt der Festland-Insel. Okay, die ist besser auf jeden Fall. Ich bin. Entschuldigung. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm mich mit, du Ehre. Ja, die paar Meter kannst du schwimmen. Der kann dich nicht mitnehmen. Das ist ein Einsitzerboot. Nein. Doch, ist es. In der Version gibt es keine Zwei-Sitzer. Das ist ein bisschen romantisch. Ich würde es sagen dürfen. Oh, hat er jetzt verlassen. Ja, Farmer. Das Boot kommt auf. Leute, das Boot. Kann ich mitspielen? Ja, Paul, du musst auf meinen Discord kommen. Und im allgemeinen Chat steht die IP. Wir spielen auf der Version 1.8.9. Ja. Lass ihn losbauen. Ich war schon mal hier in Standardführer. Äh, wer ist denn noch? Er kommt erstmal hier vorne zu mir auf die Insel. Ja, bitte sag, man verliert sein Inventar nicht. Man verliert sein Inventar nicht. Bitte, sag, dass man sein Inventar nicht verliert. So, doch, verliert man. Nein. Aber warte, ich gebe mir kurz OP auf dem Server und dann mache ich das Keep Inventory. Ja, irgendwann. Ich habe es richtig, ja, okay, nein. So, hi. Was ist das jetzt? Das ist das Sechseck, okay. Ich habe so viel offen, was ich nicht brauche im Hintergrund. Also, antworten Sie mal kurz. Okay. Hat jemand schon los? Ich bekomme kein Antwort los. Ja. Ja, hi. Hi. Du bist bei mir extrem leise. Ich bin bei dir extrem leise. Dann schreit ihn doch lauter. Ich kann nicht, wenn ich mich... Kann ich nicht. Ich kann mich nicht lauter machen. Du bist bei mir aber extrem laut. Und das wird immer streamen hören. Warte mal. Ja, äh, das ist dann auch... Okay, jetzt red mal. Hallo. Okay, besser. Äh, warte, ich versuche irgendwie mein Headset lauter zu machen. Ja, ey, Leute, ich habe einen Pils gefunden. Ist das normal? Aber ich bin schon auf maximale Lautstärke. Das ist das Problem. Ja, ich steu mir mal rein. Obwohl, nee, warte, bei Discord bin ich nicht in maximale Lautstärke. Warte. Ah, hier. Warte, besser. Ah, viel besser. Okay, gut. Sag mir, das ist doch einer direkt, Mann. Oh, endlich ist hier... Also, ich kann Keep Inventory gerade nicht anmachen. Keine Ahnung warum. Ja. Vielleicht habe ich doch einfach falsch geschrieben oder ich bin dumm. Vielleicht Keep Inventory on. Ja, du musst nicht... Ja, es geht euch auf die Ava nicht. Sech, Keep... Sech Game Rules. Sech Game Rules. Ach so. So geht das. Sech Game Rules. Ja, endlich. Danke schön, dass du es einmal anschaut. Ach so, okay, warte. Dann muss ich das auch noch anmachen, Mann. Jetzt... Och, dicker. Mein Bruder nervt. Sech Game Rules. Keep Inventory. Mann. True. Jetzt habe ich wieder falsch geschrieben. Oh, Junge. Also, ich glaube, dass es so geht. Ich weiß es nicht. Ja, du hast Keep Inventory zusammengeschrieben. Man muss auseinanderschreiben. Oh. Oh. Äh, wo seid ihr? Ich bin da, wo ich bin. Also, ich muss mich jetzt erstmal links hier machen. Äh, ich mach mich jetzt erstmal mal zicke. Oh, da ist ein Schwein. Endlich. Jetzt ist Keep Inventory an. Ja, ja. Dann kann ich jetzt keiner griffen. Ich kann euch auch zu mir teleportieren, wenn ihr wollt. Nein, danke, nein, danke. Ich meine gerade Stein im Ofen zu machen, um daraus mit dem Ofen hier Dinge zu machen. Klar, damit wir jetzt schon ein Haus bauen können. Sech Sekunden möchtest du zu mir? Du kannst mir auch einfach deine Koordinaten geben. Ja. Ja, ich weiß nicht, also... Wieso? Also, ich kann nach Koordinaten laufen. Ich weiß vielleicht nicht. Ja, ja, ich weiß, dass... Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es kam. Warte. Nur... Ist halt das Teleportieren dann jetzt schneller, aber egal. Ja. 67. Und 54. Ich lauf nur in die Richtung. Geil. Wer war das denn? Kailua. Ping ist Fragezeichen. Perfekt. Warte, Ole, was hast du für ein... Was hast du für ein Ping? Äh, wo sieht man das? Warum habt ihr alle so einen schlechten Ping auf dem Server? Tja, Sechsegg hat einen 322er. Ja, moin. Was ist denn bei dir los? Leute, wir haben kein Bett. Das wollen wir machen. Pyjama Party? Hi, Sechsegg. Seit wann spielst du Minecraft auf dem PC? Äh... Seite 1.11. Ah, okay. Ich... Ich... Keine Ahnung wie lange das da ist. Weit, 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 weit. Ich... Niko, was ist der Weg? Warum... Ich killen sonst... Spannend. Äh, ich... Einen mag ich nicht. Mach ich ja nicht. Mann! Oh, da liegt ein Schwert. ich muss gerade kurz überlegen ich bin gerade überfordert kannst du kurz gucken ob du kohle findest und ich gehe mir währenddessen was schönes zu trinken machen weil ich ultra verdurste und seitdem ich angefangen habe zu streamen nichts gefunden habe keine ahnung bei mir geht es einfach die können einfach drauf kommen okay ich habe jetzt kurz was zu trinken der schüttel ist aus holz und ich kann die da nicht rein machen so finde ich hier und aber keine kohle oder was findest du eisen aber keine kohle ich habe glas sollte soll ich dir helfen beim haus du kannst gerne ein haus bauen so was ist was ist mary hi was geht ich bin wieder da hab so nichts zu trinken holt aber ich habe halben beutel milch gesoffen ha 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 milk bottle bucket challenge kenn ich schön gesund ja klar zombie okay tschau mary ach hast du dich zum zombie oh monster hunter guck wo bist du warum ist hier ein hässchen wie soll ich dich nennen soll ich dich so mackern oder ghost nennen ghost ok ghost kannst du mich so äh äh nach 6x teleportieren für ein haus zu ihm raus ich hab mal ich frag mich was soll ich sagen eigentlich war mein und 6x abmachung dass ich ihm meine spitzhacke gebe und er kohle holt warte ich bin noch hier achso ich bin noch hier ach ach kohle woher das eisen ich wollte eigentlich essen braten warte das eisen mach ich gleich essen hat vorrang kannst auch noch in den ofen machen ja wait ne wie viel hier kann ich auch machen hier mach eisen rein ohne gamer willst du ein kick nein nein der ist beim da auch am test der ist es 2x gemacht was denn für ein server bro der beleidigt gar nicht einen server nein server haha ach ist das cute 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 ich werd er hat das ding da immer was hier ist es doch hier ist es doch du hast grad sitzt emme hier ist es doch ooooh ja mal ja auch auf 6x bin ich 6x wohl schon training haben zu spieler wer beleidigt wer hat da warte das war das war das war ähm kilo kraft karlio kraft wie er heißt der sieht hässlich aus und da geht er ähm ich hab ihn gebannt ja ich hab hier ein paar essen kann ich was haben ich hab eine hungerkeule karlio kraft das macht sie nach hause ja ja wir haben auch was ja ich hab warte ehremann ich kann sogar jetzt mit steinen denchen machen so warte Leute ich ähm ich baue hier ich mach ja nur kleines feld Ich glaube, ich streame ab jetzt kein Fortnite mehr. Du hast ein Eisenschwert. Kann ich das mal kurz? Hast du noch eins gecraftet gerade? Ne. Achso, nimm das mal in die Hand und block mal. Kurz Anime gucken. Interessante Szene. Wie alt bist du, Sechseck? 13. Ah, okay. Schön, dass mich keiner fragt. Ole Gamer, wir wissen alle, dass du 6 bist. Ich bin 9, du Arsch. Ja, siehst du noch schlimmer. Wie alt bist du? Ich? Ich bin 15. Warte, hä? Wer liefelt das heute? Bitte? Ah, ja, moin. In einem Monat und einem Tag bin ich jetzt so ein Stück. Äh, in... Warte, ich muss kurz gucken, ne, wieviel das heute? Okay, in, äh, genau... Auf einmal gucken beide. Warte, 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 warte. Ich muss... Ich muss rechnen. Was ist 6 plus... 6 plus was ist 18? Scheiße, ich bin dumm. Oh, bro, ich weiß es jetzt nicht. Du bist 9, ist klar, dass du das nicht instant weißt. 9 plus 9. Du bist 18. Sechseck, hilf mir mal. Was ist denn? 6 plus was ist 18? 12. Sicher? In 12 Tagen bin ich 16. 6 plus 12. Ja, 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 in 6, in 6, in 6 Tagen bin ich 18, oh, sorry. Äh, 18, 16 meine ich, jetzt, jetzt, jetzt bin ich komplett verwirrt, Mann. Und nicht in 6 Tagen, sondern in 12. In 12, oh, Digga. Digga, das kommt jetzt von mir. Ich, 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 ähm. Was haben die getrösset? Ja, ich auch, ich bin mal vor, also, geht's nicht an. Oh, ich krieg's noch nicht mehr hin zu sterben, ich bin zu dumm. Dann, mein Schaufel ist kaputt, kacke. Vorstellig noch. Wow, du laggst komplett. Wer laggt komplett? Ja, das ist weg. Ey, ich hab nicht gelaggt. Sonst hätte ich wohl nicht den Weg bauen können. Ja, ich weiß, du hast, du sitzt dabei, ist dann einfach in den Weg geflogen. Der Moment, wenn man vergisst, dass Spinnen klettern können. Das Spiel ist ja wenigstens einigermaßen realistisch, da war ja was. Oh, Kripper. Ich lauf jetzt in Kripper rein. Wie viel sind jetzt drauf? Okay, wir sind jetzt zu dritt. Oh, wow. Und um 19 Uhr seid ihr nur noch zu zweit. Was? 19 Uhr? Warum? Weil ich da eine Verabredung hab. Ey, ich bin so noch bei der... Und nein, du joinst mir dann nicht in Fortnite hinterher. Bro, ich spiele kein Fortnite mehr. Ja, ja. Ich hab nicht mal Fortnite. Ja, ich so gesagt auch nicht mehr. Ich werde es, weil ich jetzt rechte ich bin. Ich hab Fortnite ja installiert. Ja, weil ich mal auch machen. Ole Game hat kein Fortnite mehr, weil er rumgeschrien hat und seine Mutter ihn geschlagen hat. Das stimmt nicht. Bestimmt. Komm schon, Ole, sag es. Also, gut sagen. Aber du hast rumgeschrien. Ja. Also, eine unfreiwillige Fortnite-Pause. Junge, ich hab Hunger, Leute. Ich hab nur ein Ding, der was für Flasch. Kannst du noch essen. Guck mal, los. Ey, woher hast du das? Gib mir das, was für Flasch. Ich hab's mir aus dem Arsch gezogen, weißt du? So, warte mal. Du hast mir eben ein Pack reingeschrieben, was ich installieren sollte, ne? Ach, da ist es. Oh Gott. Ist das, ist das Tector Pack in Ordnung? Oder ist das... Okay, gut. Okay, was zur Hölle? Äh, komm mal schnell zu mir auf. Äh, ich weiß nicht. Ja, das benutze ich die ganze Zeit. Ja, ne, ich find... Das ist immerhin geil. Aber... Ich find halt die normalen Minecraft-Blöcke immer noch am besten. Sind das nicht nur Melamine-Kraft-Blöcke? Gras und so. Land. Ne, du spielst bestimmt schon ein Leben lang mit dem Tector Pack. Kann das sein? Äh... Ich fühl's schon. Ich mach's mal raus. Ist mein Stream wenigstens... Also hat mein Stream ne gute Qualität? Ich weiß es nicht. Ja... Ja... Ey, das... Ich weiß auch nicht. Ey, das sieht doch gleich aus. Ne, bestimmt. Ja, also die Farben sind ein bisschen dunkler und das Holz und so sieht anders aus. Ja, das Holz... Find ich tatsächlich... Mit dem Tector Pack besser auch. Ne, ich mag das Standard-Holz bei... Bei Fortnite sag ich schon. Bei Minecraft am liebsten. Keine Ahnung, ich bin komisch auch. Also... Und, ey, aber jetzt mal ganz ehrlich. Geh mal in meinen Stream und guck dir dieses Inventar an. Ich meine... Wie ein Jung. Das ist das beste Tector Pack, was es gibt. Dafür möge ich erst mal deinen Stream finden. Warte. Darf ich sehr herzlich, wie die heißen, bei dir im Stream, oder was? Wir legen da kurz... Wir legen da kurz ein Steak drüber. Ne, warte. Kennst du Steak? Kennst Steak? Ein Steak. Sprache-Lern-Mobble soll ich machen? Also komm. Also, allein das Inventar überzeugt doch vollkommen. Man sieht's gerade nicht. Ist Verzögerung. Achso. Du warst gerade dabei, ob das gute Qualität hat. Ja. Ah, jetzt. Ja, sieht gut aus. Das Inventar überzeugt alles. Ja. Wenn wir Ole Gamer ausschließen und töten. Weißt du was? Bist du denn jetzt auf einmal ran? Ist das okay. Hallo Ole Gamer. Wie heißt das Texture Pick? Das Texture Pack? Ja. Ja. Äh. Ich hab... Also das heißt Animated Anime Pack. Aber das findest du auch bei Anime. Also wenn du nur Anime suchst. Ich hab's nur noch was ihr machen wollt. Ich hab Keep Inventory doch an. Warum ist das nicht an? Ach egal. Wow. 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 Direkt verlassen war ihr ganz ehrlich. Wow. Warum hat sich das nicht so eingestellt? Wow. Wow. Ich hab's doch an, du Nudel. Ich weiß nur nicht, warum es nicht an ist. Wow. Wow. Ich hab's doch bei Yarton und Servern. Leider. Wow. Okay, dann tschüss Ole Gamer. Dann spielen wir doch nur noch zu zweit. Wow. 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 Und du musst den Haus bauen gut ist. Was machen. Okay, gut. Was ist das Text? Jetzt bin ich schon. Warum muss ich da bei drin sein? Anni. Zul. Ah ja, moin. Ich muss da bei drin sein. Okay, das dauert. Jetzt ist mir. bisschen. Ah, jetzt ist er weg. Wer ist weg, Ole? ja ok ist jetzt gerade nur gegangen weil er gestorben ist und sein inventar nicht mehr hat kommt dahin und sammelt ein ja er ist neun lasst ihn ja ein problem weniger you know 14 prozent nein bot ich guck mal auf die 1 hat neun boote nicht klar ich war auch verwirrt als ich die als ich vorhin eingespielt habe und dann ich wollte ein boot kraft und kam auf einmal das raus und man konnte es nicht zu zweit fahren oder es hat keine paddel und scheiß das auch ja man kann nicht links rechts lenken man lenkt mit der maus hilfe echt mal lenkt mit der maus wait oder ich war einfach zu dumm ja du drückst weh und längst mit der maus da wo du hinguckst ich bin jetzt nicht mit A oder D lenken bei mir geht aber auch A und D also bei mir geht Maus gucken und A und D mir geht A und D nicht keine Ahnung also wenn ich A und D benutze dann tanzt mein Boot hoffentlich ist es jetzt das falsche wenn ich runterlade eine stunde stunde 61 prozent 63 prozent 64 65 nein hast du jetzt die 20 likes hab ich 20 likes schon weiß ich nicht nein ich hab erst noch 11 noch 11 und ein dislike geht gar nicht ich bin gegen den tinten fisch gefahren und es explodiert das Boot ich bin gegen den tinten fisch gefahren und es explodiert das Boot hoffentlich ist es das falsche ich hab ja kein bock auf irgendeinen dummen Block kommst du jetzt? ist es das richtige? es sieht so aus ja wenn du ein Anime-Schwert lernt hast wo etwas animiert ist dann ja es wird heller und dunkler bitte? es wird heller und dunkler ist da ein Anime-Girl drauf? mit braunen Haaren? ja ja dann ist es das richtige komm das ist in den Tafelis doch man kann Boote hier abbauen warum ging das vorhin nicht? hä? warum konnte ich denn vorhin mein Boot nicht abbauen? ok ich hab hier ein Boot produziert das hier vorne auch wenn es für die paar Meter unnötig ist ist es in der Version schon nötig Lokomotive hier also wenn wir in der Version schwimmen ein dislike das ist was? ein dislike das ändern wir jetzt so jetzt zwei du Hund ehrlich jetzt? Zappi? böses Zappi? ach Zappi du Hund Zappi kommt 3 in 1 Dislike so das ändern wir jetzt also wenn er den jetzt weg gezaubert hätte den dislike dann wäre cool gewesen du kannst auch farmen wenn du möchtest du musst mir nicht zugucken nur weil ihr das im Stream gemacht habt wieso habe ich eigentlich mein Holzschwert noch? weiß ich nicht das ist ein Eisenschwert das ist ein Eisenschwert uiih das ist animiert also mehr da bewegt sich ne Person was? die sind nur zu zweit ne der be- was? die sind nur zu zweit wieso sich da mehr ne Person bewegen? ach oder meinst du dein Schwert? ja ich nehme das Eisenschwert ach so ich hab ich kenn das doch schon ah ja egal ja das sieht aber am geilsten aus wenn ich irgendwie ich will wissen wie das dir Schwert aussieht wenn das Eisenschwert schon so aussieht dann will ich das dir und das Goldschwert noch sehen ja das müssen wir machen ich geh fahren komm ja ok komm ich brauch wir machen jetzt das dümmste was man in Minecraft machen könnte manager aber wir sind großartig straks au we ja stark Tim Tim Ich komm grad nicht darauf klar, dass ich sogar noch gesagt hab, wir machen jetzt das Dümse auf ein ganz Minecraft, was man nicht machen sollte. Ja. Und dann passiert das. Ich weiß nicht. Oh Mann. Du kannst gerne zu mir kommen, wenn du willst. Jajaja. Warte bitte. Warte, du heißt D irgendwas, ja. Oh, da sind meine Items, denen geht's also noch zur Hälfte gut. Ist das Eisen oder Gold? Ich weiß nicht. Das ist Eisen. Ne, das ist Eisen. Ist auch noch Eisen. Ich hab 60%, nicht nur 60%, ich hab 90% meine Items verloren. Was hast du so? Ich hatte eigentlich Holz und Stein fehl und jetzt hab ich noch Schwert, Essen und ne Axt. Ja, du bräuchtest vielleicht ein paar Spitzhacken, ne? Ja, zwei würd ich schon nehmen. Hast du Holz? Äh, ne. Schade. Dann sollte gleich einer hochgehen und kurz Holz holen. Ja, aber... Ey, das einfach... Wie, wie sah das im Stream aus? Das will ich jetzt sehen. Wir reden darüber... Ja, stimmt. Ich kann ja einfach im Stream gucken, wie es aus deiner Perspektive aussah. Wir reden erst darüber, dass es die dümmste Idee ist, die man haben kann und man sollte es nicht machen. Ja. Dann baut man sich... Dann baue ich mich runter. Ja. Erster Block, zweiter Block und... Dann tot. Tot. Einfach tot. Ja, jetzt. Mann, wie weit bin ich denn spugeln? Äh, warte, ich kann dir die Minutenzahl sagen. Minus 27 Min... Äh, minus 1 Minute rund... Äh, 39 ungefähr. Äh, 43 ungefähr. 43, meine ich. Ups, oder? Ich... Ich clip das gleich auf dem Handy, warte. Tja, das ist so dumm. Hier ist noch mehr Eisen. Ah, egal. Ich will erstmal Holz. So, ich clip das ganz kurz. Ja, also... Das war ein Legenden-Move. Also irgendwie... Ist ja kein Monster, obwohl... Ist ja auch easy. So, ich hab's auf Clip, das kommt später auf TikTok. Digga, es war so dumm einfach. Ich war dabei. Ja, du bist in nem Livestream und in nem TikTok-Clip. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Kannste in nem Monat und nem Tag sein. Okay. Bist du schon wieder oben? Ich hol grad Holz, ja. Oh mein Gott, wie kann man so dumm sein wie ich? Ich bin schon wieder in Lava gelaufen. By the way. Okay. Ah, hier ist ja ein riesen Loch. Fällt mir grad auf. Äh... Ah, statt was wir ein bisschen weit... Äh, hier ist ein Zombie. Ich baue mich jetzt wieder gerade runter. Mach's nicht. Es ist keine gute Idee, glaub mir. Ich brauch Holz. Äh, Stein. Ah ja, wahrscheinlich. Ich baue mich grad runter, um Holz zu holen. Macht Sinn, ne? Macht Sinn, ja. Äh... Das ist Eisen. Und das da ist Holz. Und ich sterbe an einem Zombie. Ich guck mal ganz kurz, wieviel Aufrufe mein Stream mittlerweile hat. Kann ich ja hier gucken. 138 Aufrufe. Wui. Wui. Davon hab ich irgendwie vier oder so. Also... Also... Also ganz kurz. YouTube. Äh... Meine Videos. Mein letzter Fortnite-Stream, ja. Hat... Wo ist der? Ja, ich geh auf meine Videos und meine Videos kommen nicht. Macht Sinn. Also wenn wir sagen, dass der Fortnite-Stream weniger Klicks hatte. Ja, mein Fortnite-Stream hat weniger Klicks. Und mein letzter, mein letzter, mein letzter, mein letzter Minecraft-Stream auch. Willst du gucken, wie ich ein Water-Imagee mache? Ne, ne, ne. Ich will einfach wieder hoch. Warte, mir fällt gerade auf. Ich hab... Warte mal ganz kurz. Oh, dankeschön. Oh mein Gott, man schwimmt hier so langsam hoch. Lass es. Lass es. Lass es. Böses Eck-Sack. Alter, der Himmel sieht so geil aus. Oha, stimmt. Okay, das ist das beste Texture Pack, was man haben kann. Ach, magst du? Also vor allem... Das Inventar mag ich sehr. Alles geplant. Komm, MLG dich doch... Okay, reicht, 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 reicht. Reicht. Hier. Oh, ich hab ein Baby-Zombie. Bisschen Süße. Wenn du mich ganz kurz beschützt, kann ich den Clip auf TikTok hochladen. Mach das. Ich weiß nicht, wo du bist. Ach da. Okay, warte kurz. Okay, ich sterbe in der Zeit. Nein, bitte nicht. Wenn der Mini-Zombie kommt... Ich hab ihn geknillt. Das ist nett. Ich hab mich an. Ich guck mir den Clip jetzt sofort an auf TikTok. Ich wär schon. Tiktok. Du heilst ihn auf TikTok? Äh, genauso wie auf YouTube. Okay. Sag mir, wie du auf TikTok heißt, ich verlinke dich. Das heißt, glaub ich, das ist Exegg. I don't know. Warum wusste ich das? Aber nein, heißt du nicht. Nee? Ja, warte. Ist cool. Doch, hab dich gefunden. Ah, ja, super. Leute, ich hab's eh nicht geschafft. Luka, warum lädst du wieder Cringe-Tiktoks hoch? Ich hab' jetzt den Clip so, was wir auf Minecraft machen können. Ich hör' das die ganze Zeit. Ist natürlich mies. Der Clip ist einfach nur RIP. Mehr kann man zu diesem Clip nicht sagen. Ja. Ich bin wieder da. Okay, hei, Jolien. Was geht? Wir haben gerade nur... Ich habe gerade nur auf TikTok einen Clip hochgeladen, wie ich komplett lost war. Wo bist denn du? Du hast ja genau dasselbe gemacht, wie ich. Ich hab mich eingegraben. Hi. Der hat kein Knockback bekommen. Der hat ein Anti-Knockback-Cheat, sondern der Zombie. Weil hier so ein paar... ...Kiecher sind und ich nur noch dreieinhalb Herzen habe, da habe ich mich eingebaut. Der Zombie hat gerade einen Anti-Knockback-Cheat, das war unfair. Oh, der ist halt dein Essen. Danke. Spaß hier. Ich kenne mich direkt, hoffentlich nicht. Ah, der noch der hin. Ah, darf ich mir jetzt mal bitte den Clip angucken? Ich weiß gerade nicht, wie du auf YouTube heisst. Äh, Ghost? Warte, ich schreibe sie in den Chat. Ghost? Also ich höre es auf TikTok eins zu eins genauso. Warte. Du erkennst es, glaube ich. 2.811 Follower. Da ist da der Clip. Was mache ich hier? Hä? Wie geht das, dass du direkt gestorben wirst? Fallschaden. Ja, aber kriegt man durch Lava nicht Fallschaden? Nein, 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 bei Lava ist das was anderes wie bei Wasser, vor allem wenn es nur ein halber Block Lava ist. Man kriegt trotzdem Fallschaden durch Lava. Jetzt habe ich vergessen, dir zu folgen. Scheißegal. Ich mag das Texture, also ich finde das Texture Packet, das spricht mich schon sehr an. Irgendwie schon. Vor allem das in dem Tag. Ja, ja. Das meine ich ja gerade. Darauf deutlich die ganze Zeit im Stream hin. Warte, ich mach das mal auf beim zweiten Bildschirm. Ein Kelchbeer, der soll noch ein bisschen spielen. Inso mine drauf. Meins. Schade. Hab ich dich gerade geschlagen? Nein, aber du warst nicht mal beim Schaf, äh, beim, beim Schaf, Schaf, Schwein ist Schaf. Nein, äh, du warst nicht mal beim, beim, beim Schwein und hast es schon getötet, what the fuck? Prost. Ja. Das ist nicht. Ich bin noch gar. Achso. Ne, ich hab nicht mit dir, ich hab gesprochen, weil ich eingebe. Achso. Ich hab ne Höhle gefunden. Ich hab ne Höhle. Wo müssen wir? Äh, hier. Ach, vorhin. Wo ist die Höhle? Hier vorne direkt. Also ich weiß nicht, ob es ne Höhle ist, sieht nur so aus. Och. Schwimmen. Macht mal wieder absolut Spaß. Mann, jetzt hab ich die ganze Zeit TikTok geöffnet. Ach, egal. Höhle ich dein Video als ein Dauerschleifer. Ehre. Mehr Watchtime. Besser für den TikTok-Alberrhythmus. Puh. Alter. Was ein Loch. Okay, ich bin zu blöd, hier hochzuspringen. Ciao da. Ah, hier. Guck mal, der King. Hab's doch gesagt. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Alter, voll viele. Raum wird sich freuen. Das sieht irgendwie in dem Texture Pack gut aus. Die Kohle. Also das Erd. Das Erd sieht echt gut aus. Es sieht nur ein bisschen zu realistisch aus, finde ich. Also vom Minecraft-Stein her gesehen. Sieht das von dem Texture Pack zu realistisch aus. Wenn die den Stein auch so gemacht hätten, fände ich's gut. Ja, dann fände ich's geil. Äh, kannst du mich mal... Kannst du mir schon mal Holz geben? Kannst du mir auch Holz geben? Hallo, wo bist du hin? Ich hab die Hälfte gebrobt. Achso, hier. Guck hier, Hölle. Ja, ja. Ich brauch schon Kohle auch. Kohle, Kohle, Kohle. Keine Kohle mehr, der ist jetzt Kohle. Geht's bei dir auch? Ja. Okay. Dann schmech ich hier in den Fang von dir. Guck, guck mal. So, jetzt schmech ich hier die Fackel hin und jetzt hast du Licht. Ohne, dass die Fackel platziert ist. Tschüss. Wenn man zu faul ist, zum Fackel platzieren. Ja. Einfach mal hinwerfen, dann ein bisschen abbauen, einsammeln und weitergehen. Ja. Gamecrash. Ja, die Game ist gecrasht, wenn das so aussieht. Also wenn das Bild komplett freest, dann ist das Game gecrasht. Nicht immer. Meistens. Also bei PC kann man was dagegen machen. Aber bei PC oder der Xbox, da wüsste ich jetzt nichts, was man dagegen machen kann. Das stimmt. Riesenhöhle. Bei PC immer alte 4 und der Tag gehört dir. Alter 4 und der Tag gehört dir. Ja. Ne, es gibt irgendwie so einen anderen Trick, dass man, keine Ahnung, auf die Profilauswahl von PC geht und dann geht man wieder auf das eigentliche Profil oder keine Ahnung. Ne. Ich zensier das mal hier im Momentar. Frage ich mich, ob man das müsste. Ja, ne? Muss man sowas zensieren dann im Stream? Weil eigentlich ich weiß nicht. Wo bist denn du jetzt? Irgendwo hingelaufen. Irgendwo hingelaufen ist eine gute Aussage. Ja. Irgendwo hingelaufen, du bist genau neben mir. Ja, ich weiß. Wie hast du dir gekommen? Hast du Stein? Ich hab Stein, ja. Hör ich einen Enderman? Ja. Ich hör einen Enderman, warum hör ich einen Enderman? Ist das alles Stein, was du hast? Ja. Hier, ich kann die an, die sieht, die haben jetzt abgedeckt. Digger. Ich hab ne Eisenspezake. Ich mach's wieder. Ich provoziere's Minecraft, tu es. Ist wieder passiert. Guckst du kurz, guckst du kurz mal weg? Oh, danke. Oh, du hast einen Kanickel umgebracht. Scheiße. Alter, ein Kanickelmörder. Scheiße. Da will ich nichts zu tun haben. Wie es einfach hochflippt. Och Mann. Guck mal, Kanickelflip. Ja. Ich hab einen Kanickelflip gemacht. Mann. Sechsegg, hör auf. Oh nein, nicht den Stein benutzen. Ich komm nicht mehr raus. Ah, jetzt. Danke. Ich hab dich mit verrottetem Fleisch abgeschmissen. Danke. Höhle! Also richtige Höhle dieses Mal. Ich bin Höhlenwühle. Ich finde Leute, Freunde, ich... ...wo Tias und du so... Höhle. Höhle! Ich seh nix. Äh, ich kann nicht loken. Ich will auch eigentlich nur kurz... Oh mein Gott, ich bin so dumm. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ich schwöre. Wie viele Aufrufe hat dein Video bereits? Dein TikTok? Mein Video? Mein TikTok-Video? Keine Ahnung. Noch nicht so viele. Ja, ich guck das gerade in Dauerschleife. Ach so. Ne, das kriegt er dadurch nicht mehr Aufrufe. Ah, egal. Ich guck das jetzt seit 5 Minuten in Dauerschleife. Warte mal ganz kurz. Ich hab auf meiner For You-Page jemand, der fragt, Ob er anfangen soll, Anime zu gucken. Ich empfehle ihm kurz Poco no Pico. Weiß ich nicht, ja. Ja. Soll ich dein Cape reporten? Obwohl du keinen saß. Wie bitte? Soll ich dein Cape reporten, obwohl du keinen saß? Man kann Capes reporten? Ja, mit Labemods. Wie kann... Mach mal Maustrad auf mich. Invite to party? Copy username? Repost Cape? Ja. Was ist das? Wurde reported. Jetzt wirklich? Ja. Aber weißt du, an meinem Cape ist das schlimm? Gar nichts. Ich bin halt... Ich bin okay. Okay. Geh weg. Lass mich in Ruhe, Luca. Ich will einfach ganz normal streamen. Ich guck mir zwischendurch nochmal. Ich guck zwischendurch nochmal auf den Kliff. Hey Dirk, was geht's? Geil. Ey. 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 Geh ich mal um? Höh? Alter. Dein Originalname ist Lurschi07. Vor einem Jahr hieß du Lurschi07. Dann hieß du Kleiner Zimper. Dann L unterstrich Flammliga. Dann nochmal vor acht Monaten L unterstrich Flammliga. Und jetzt hieß du das... Jetzt heißt das Sechseck. Ja. D-Man 12310936. Joa. Kann man mal machen. Starker Name auf jeden Fall. Das hat er gerade gesagt. Junge, guck das nicht, wenn er hier im Chat ist. Am besten empfiehlst du noch Highschool.dex. Achso. Du meinst, weil ich dem Typen... ...Bokonopiko empfohlen hab. Hab ich dich eigentlich schon abonniert? Weiß ich nicht. Was ist das? So, jetzt guck ich mal YouTube Studio. Wie viele Aufrufe ich hab? Nun. Ehre. Zwei Aufrufe. Ja, hab dich abonniert. Ich hab zwei Monitore, ich seh das. Echt jetzt? Ich hab zwei Monitore, ja. Scheiße. Scheißen Dreck, Alter. Ich hab leider Gottes nur einen. Ich spiel den Form gegen Diff. Ah ja, Moin, das geht nicht. Sie macht als ich ne Brustparte. Zick Zick. Jo? Willst du Stress? Was? SG1? Okay, komm, Server. Timoria? Ich bin auf 50% der Server, die es gibt, gebannt. Welcher Server willst du? ich gucke auf welchem PvP-Server ich nicht gebannt bin und auf den Server können wir gehen, ok? Du bist auf Timolia gebannt? Weiß ich nicht, wie? Es wird hier angezeigt? Äh ja, Platz 16. Oh nein bin ich nicht, krass, ich bin auf dem Server nicht gebannt. Ja, Timolia bin ich nicht gebannt. Kann man mitzocken, ja. Einfach ausdrücklich in Discord reinschreiben und dann... in den Call kommen. Aber ich bin noch bis 19 Uhr noch... Kommst du jetzt bitte? Ja, ja, im Moment. Ich muss kurz ein anderes Pack reinmachen, welche... 1-1-1-Bistup Ich weiß nicht, was ich machen muss, um dann 1-1 oder so zu machen. Ja, geh auf Kompass. Dann auf die Brustplatte. Ja. Und dann stehst du hier irgendwo. Oh, hallo. Da rein. Da rein. Irgendwie ist ganz hechtig. Und dann? Warte, dann wähle ich kurz ein Kit aus. Wenn ich nochmal sprinten könnte. Hier kann man ein Kit auswählen? Ja. Ja. Ja, ich bin ein... Welches Kit sollte ich nehmen, wenn ich einfach draufgehe? Äh... Ja, schwe... Äh... Gute Frage. Only Source. I think... Welches ist das? Ach, hier. Sicher? Das ist ja... Ja, 1-1-Schwert. Jetzt hast du ausgewählt und jetzt einfach... Oh, warte mal! Man hat... Man hat ein... Man hat ein Dia-Schwert. Guck mal das Dia-Schwert an. Ah... Was ist auch... Hast du Hilf... Hast du Hilfwiss gegeben? Du musst dir die Portion... Äh, du musst dir die Portion drinken. Direkt? Ok, ja ok. Ah, warte. Weil dann hast du ein paar Herzen. Ich finde es nice, dass ich am Anfang... Ja, okay. Ist klar, dass du nicht direkt gestorben bist, noch ein paar Sekunden. Ja, was soll ich denn? Also... Ich würde schon gerne deine Herzen sehen. Ja, ich auch. Ah. Du hast definitiv bessere Hits. Ich habe mein Schwert aussehen aus der Hand genommen. Wo bist du? Wow. Ich habe noch die Hälfte Leben. Ich auch ungefähr. Oh mein Gott. Also irgendwie... Jetzt gerade bin ich... Das ist ja mit dem Trank richtig langweilig, Mann. Also mit so, ne? Ich würde Schokone spielen lieber. Ja. Äh... Ich habe noch... mit spielen, sorry, Dirk. Äh... Ja, dann wäre mal ein anderes Kitz aus. So sehr weins aus. Äh, wo sind die nochmal? Mein Tag war bisher gut, Schaline. Wie war deiner? Das ist das perfekte Kitz für mich. Ich habe das perfekte Kitz. Ja. Komm. Oh, nie. Dann nehme ich mal meine andere Maus. Ah, mit dem Maus kann ich gerade nicht nehmen. Oh, Dirk. Hast du irgendwie Autoklicker oder so'n Scheiß? Nein. Leider nicht. So wäre es, wenn man nie darauf vernünftig sagen könnte, mit so 10 Kicks, die man hat. Oh, okay, 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 Bruder. Ist einfach perfect. Digga, also... Äh, vielleicht nicht mehr Gäden. Ja, Digga, also das Kitz... Wenn, wenn eine andere Person das Kitz nicht hat, dann ist ja schon ziemlich OP. Äh, man spielt immer mit dem selben Kitz. Achso, okay. Achso, beide. Eier moin. Lass mal ohne Apfel ab jetzt. Hey, Ghost, denkst du, ich kenne mich mit Command 4 besser aus, als du? Nee. Doch. Du bist neu und ich spiele das Spiel seit sieben Jahren. So, kackassig. Weißt du, wie man sich richtig irgendwie hältst? Ich weiß alles. Ja, okay. Okay. Weißt du, wie man gleich Effekte nutzt? Wie man was? Slash-Effekt, okay, der weiß es nicht. Ich verstehe dich nicht mal. Slash-Effekt. Ja. Digga, warte, denkst du gerade, dass Slash-Effekt weg ist? Mein Problem ist, dass mein Effekt schon weg ist. Und ich somit verloren habe, weil du nur einen Effekt hast, wahrscheinlich. Nein, ich habe schon, also ich habe drei, ich habe zweieinhalb Herzen. Ein halbes. Okay, das ist also, also das, 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 das Kit ist schon ziemlich unfair. Oh, okay. Nein. Wenn du vernünftig spielst, äh, geht das nur, geht das, du wirst russisch in den Kopf russisch. Also, wir müssen mir gerade sagen, ich habe nicht vernünftig gespielt. Hört auf mich zu holen, Leute. Warte, ist das ein Soup-Kit? Ja, bitte kein Soup. Ich kann nicht suchen, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, eigentlich auch nicht. Facken auch nicht suchen. Schütze. Da haben wir jetzt deins, auch dein Ernst. Ja. Ja, moin. Ah ja. Bist du mit oder ohne Boden? Mir egal. Mir egal. Einfach der beste mit Boden, I guess. Ja. Ah ja, moin. Erstmal Pott-Drucken. Was ist denn so in den Tag gegangen? Ey. Hat mir gerade Schwäche oder Langsamkeit gegeben? Ah. Wieso machst du trotzdem so gut an, was soll das? Ja, ich, also, ich klicke unnormal schnell einfach. Welche CPS hast du? Hm, weiß ich nicht. Ähm. Super geil. Wie, wie kann ich das gucken? Sag. Kann ich das bei Labimod irgendwo? Aber brauchst du jetzt nicht machen. Nein, dann kann ich das, nein, kann ich das bei Labimod irgendwie einstellen, weil das, hab ich auch gesehen, dass man das irgendwie sehen kann. Soll ich mal kurz Discord streamen? Nein, ich nehme mal es nicht. Äh, ich gehe mal in Options. Ja. Ja. Äh, Labimod Settings, Add-ons und dann such mal nach... Add-ons. 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 Äh, Ladies' Keystrokes. Warte, was? Warte, ich schreib's über das Gausch. Ich kann grad's one-hitten, ne? Es ist sehr schön, dass wir eine Frincheson-Frage immer noch nicht haben, ne? Ach so. Ich hab mal viele gerade. Also, ich hab zwei, das sind nicht viele, aber... Haha, voll viel, Junge. Ich will, guck mal, wenn ich nicht... Ich hab jetzt schon ganz lange nicht mehr Freunde zu spielen, auch davor. Und jetzt frag ich mich, wie sie freuen sich, wenn ich vorhin gescheuert habe. Ja, ja, ja. Äh, bei mir wird das nicht angezeigt. Also, auch wenn ich suche. Ach so, hier bei Add-ons, ja, okay. Und dann das suchen. Ja. Bei mir wird nur Itemphysix, Optifine. Äh. So, ich bin grad auf Installiert. Ja, geh auf eins der anderen. Und jetzt V. Und jetzt das hier und das installieren, okay. Dann siehst du auch, was du drückst und so. Oh. Ja, okay, 8 CPS, Lul. 8 CPS? Keine Ahnung. Was? Es fühlt sich aber noch mehr an. 12. 12 habe ich gerade. Kann ich das irgendwie anders hin machen? Äh, wo hast du es denn? Es ist bei mir oben rechts in der Ecke und es nervt ein bisschen, wenn es da ist. Äh, ja. Geh mal ins... Also einmal Escape drücken. Hab schon. Danke. Und dann müsste da, äh, Keysbrokes stehen. Also oben in der Leistung, wo Multiplayer und so steht. Ja. Äh, ja, 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 ja. Äh, aber bitte nur das, wo der Stern ist, bewegen. Ja, warum? Weil du es sonst auseinander musst. Nee, ich kann es nur dann... Ah, jetzt, okay. Okay, das muss ich so schnell sein. Oh. Ja, oh. Äh, jetzt geht es nicht mehr zurück, das Arschloch. Jetzt geht es wieder. Also nur beim Stern nehmen, okay. Wo mache ich es hin? Wie... Kann man das kleiner machen? Äh, da musst du auf die Einzelne hin, ja. Müsste man eigentlich. Ich muss gleich weg. Jo. Wow. Ähm. Ja, ich mache es einfach hier so hin. Kann man das wirklich... Das muss doch irgendwie kleiner gehen, oder? Ja. Wenn du auf die Einzelne draufklickst, dann, äh... Ich kann es nur in die Weite ziehen. Äh, mach mal RGB an. Ja. Bei dem Haken. Ja, habe ich. Ja, sieht besser aus. Äh, ja, I don't know. Ich glaube nicht. Du kannst die Transparency... Ah, okay. Also hier muss ich... Hier kann ich CPS... Okay, dankeschön. Äh, äh... Wow. Jetzt ist deine Facecam da drüber lehnt. Stimmt, da ist ja meine Facecam. Ähm... Warte, geht es hier? Ja, was muss ich denn hier ansehen? Ist doch egal, eigentlich. Geht es hier? Hier geht's, oder? Oh, okay. Ich seh's nicht. Gut, jetzt wird's mir gar nicht mehr angezeigt. Du hast Enable aus. Echt? Wie, ich habe Enable aus? Oh, gut. Face sounds. Ähm... Und CPS, machst du aus? Nein, ich hab's hier... Verzögerung, Mann. Ah, jetzt machst du's da unten rechts hin. Oh mein Gott, ich hab... Weh, hab ich einfach... Jetzt ist er aber über dem Chat oder nicht? Nein, ich hab kein Chat. Oder meinst du über... Oh, stimmt. Mann! Ich mach's einfach wieder oben links in die Ecke. Scheiß drauf. Oder... Warte mal. Du musst ja eigentlich niemand sehen. Es geht halt irgendein... Also, ich kann es nicht kleiner machen, irgendwie. Ich mach mal alles so klein, wie es geht. So. Es geht nicht kleiner als das. Ich guck mal kurz. Egal. Ich mach's einfach so weit an den Rand, wie es geht. Okay, das sieht noch schlechter aus, als vorher. Oh, scheiße. Boah, was für ein RGB-Speed. Hilfe. Äh, ich mach jetzt den Stream aus. Also, ich geh jetzt offline. Jojo. Ich geh zurück aufs Story. Okay. Ach so, hier wollen wir nur so'n Chattern vor der Buch. Oh, mein Rücken stirbt. Meine Chem ist irgendwie ausgegangen gerade wieder. Geil. Kameras machen. Muss man aber nicht. Hallo, Kamera. Geh doch bitte wieder. Nee. Hallo. Ah, jetzt. Streamlips. Streamlips. Nein. OBS. Ganz normal. Ui. Ganz normal OBS. Studio. Ich mit Streamlips. Oh mein Gott. Wait, 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 wait. Nee, ich komm mit Streamlips irgendwie nicht so klar. Ich kann OBS besser. Ich komm mit OBS nicht klar. Ja, jeder kommt mit, also jeder kann andere Sachen besser. Ja, ich kann gar nicht so, wer ist genug. Ciao, Leute. Warte, ich winke mit meinem Kopf. Tschüss. Warte, ich will gucken. Ich muss jetzt viel gucken. Ich bin gespannt, ob man das sieht. Tschüss. Ich kann die Hand leider nicht bewegen, sonst würde ich mit der Hand winken, Mann. Tschüss. Tschüss.